und spielst du die musik gut ich wollte mal hier an die option vielleicht klappt das mal heute ich bezweifle das stark gewann die twitcherweiterung meine starke klappt das mal kratz hat folgenden zustand erhalten sie war nur segen immer diese verdammte sie war nur segen ja was stand heute an heute wollten wir in den schadempel machen oder mal schauen oder hast du ein spiel hast du ein spiel stand geladen bevor wir den jungen umgebracht haben nö bestimmt nicht schade aber es gab auch noch andere sachen die ansteigen glaube ich schadempel werden schadempel schadempel werden und muss die sachen die bist du schon drinnen ich bin bei 100% ich sollte gleich starten jetzt bin ich drin naja wir haben uns gegenseitig verprügelt beim letzten mal naja das haben wir ja nicht das ist nicht passiert das haben wir nicht geladen das äh das dieser spiel stand ist eine sekunde bevor es passiert ist ich hab mir mit ihr schon geredet du musst da naja tatsächlich das du hast die kisten zertummert beim letzten mal die wir jetzt nie wieder wegkriegen doch wenn wir das gebiet verlassen apropos verlassen ich werde mal das da verlassen und dann schauen wir mal wo wir aufbrechen hin ich glaube schadempel ist ein guter Anhaltspunkt ich glaube schadempel ist ein guter Anhaltspunkt viel gibt es ja jetzt nicht mehr wenn die Nummer ist draus gibt es noch die map ja die machen wir dann zuletzt logischerweise ansonsten hier unten noch im gebiet irgendwie haben wir hier noch etwas übersehen äh unten es gibt noch es gibt noch es gibt noch irgendwo es gibt noch irgendwo hier diese eine dame geben die dir dinge tränke aus deinem blut macht oder sowas aber ich habe es nie gesehen ja das ist der mut wo meinst du das ich weiß nicht wo das ist ich bin da nie gewesen potenziell muss man dafür den Schattenflug aufheben also hier haben wir noch eine Stelle ich habe es gerade mal markiert sie sieht verdächtig so aus als könnte man da noch irgendwie hin aber wenn ich da richtig hingucke übrigens gute Neuigkeiten Alphira ist tot was wie offensichtlich wann ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung sie liegt hier letztens war es noch lebendig ich weiß das geht doch nicht guck mal ob ich mich ganz gleich kannst du wiederbeleben ne die kriegt man nicht wiederbelebt das ist scheiße ich weiß die brauchte man eigentlich haben wir uns noch mehr verkackt vielleicht ist die dies wahrscheinlich ist die im letzten jetzt haben wir auch die Tieflinie verkackt wahrscheinlich haben die ist vielleicht dabei drauf gegangen als du im letzten Part hier durch den nächsten Punkt ne die hat danach noch gelebt ganz hundertprozent sicher es ist niemand gestorben das hat mich überfällt wer hat sie umgebrochen ich weiß es nicht vielleicht ist sie einfach random gestorben hier ist auch eine ganze Menge Blut das vorher nicht da war ne Quatsch das Blut war da sie ist halt auch nicht in dem Bereich gestorben wo ich Zeug habe hingeworfen also es ist einfach nur weird du kannst sie mit Astariums Necromancer Fähigkeiten nicht wiederbeleben äh doch aber ich möchte ganz gerne an ihr Zeug ich weiß nicht was sie dabei hat ne mach das mal lieber nicht weil sonst werden wir hier noch angegriffen deshalb versuche ich ja mich zu verstecken was irgendwie nicht verursacht wir spielen das Spiel auch eh nur zum Spaß ja aber ich weiß nicht was würden wir irgendetwas wichtiges tun dann komm lass uns zu Shard Tempel geht's mit dran im Shard Tempel kannst du scheiße bauen ich guck nur kurz ob wir Invisibility da haben ich bin mal ich mach schon mal ne Schnellreise bis da drüben kannst du hier machen was du willst dein Problem ich komm dir bei nem Kampf nicht zu Hilfe ich bin woanders ich komm dir weg ich komm dir weg ich komm dir weg das Spiel brauchen wir wieder drin das Spiel braucht man nicht mehr das Spiel braucht man nicht mehr das kann nützlich sein ich meinen wir die Gegner werden wir nicht haben wieso ich warte hier ja sofort auch hier liegt ein Skeletters hat noch ein bisschen Geld dabei oha Schriftrollenhypnotisches Muster interessant und dann eine Sedoniten eine Sedonitenrobe bei sich eine des Skeletts gibt ja auch Astarion in der Robe nö aber ich hab dir mal eben die das Hypnotic Pattern aus dem Inventar gelernt was hast du du durftest Hypnotic Pattern nicht mehr haben jetzt kannst Astarion aha toll dass du mir sagst das ist nützlich äh das ist Zauberlernen das sollte man immer tun ich kann das jetzt jederzeit benutzen ich kann das jetzt jederzeit benutzen hast du aber ne Sedonitenrobe? nicht nur einmal hau mir mal ins Inventar dann guck mal was es kann das ist ne leichte Rüstung kann eigentlich kaum was das brauchen wir nicht eigentlich aber genau den Pattern mit reinmachen das ist glaub ich relativ nutzlos sieht noch so schön aus ja die sieht schweiß aus schweißen 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 mhm dann mal rein dort ja gut gehen wir ja Skelett haben noch was nein ich hab dich schon gelootet nein die hast du nicht gelootet die zwei hier er hat noch ein Messer jetzt können wir gehen jetzt können wir gehen ich mach mal die Tür auf hallo als ob du einfach direkt rein gehst ohne hier noch alles zu erkunden ja alles hier das ist wie ne was du bist das winzige bisschen ja das sind Fenster hier Zurel Minthara hier holt das Balthasar da sie hinten sind giftig hm schade das ist ein Sarg ich könnte sie öffnen hier liegt Melodias Melodias Thorn Melodias Thorn aha ich höre gerade dein Text auch noch mit das ist ein bisschen ich weiß ich hab deinen auch gehört das war nervig das ist aber warum Geht hier Hayt Box hier ich glaube jemand hat ein nadegoßes Tagebuch hier singend ach der doch nicht Manni hat mich getrunken hat eine schlechte Kindheit ich weiß gar nicht ob der keine Kindheit hatte ich hat mich mit dem Charakter Null befasst das könnte man fast glauben ich weiß nur wird von irgendeinem richtig krassen schauspieler gesprochen ich habe keine ahnung ich weiß auch nicht mehr wer es war aber er ist ziemlich geil ich kann es kann sein dass der typ war der omniman und den mal kurz mal kurz morgen so weiter computer welcher schauspieler spricht den charakter katholic form im bei los geht es 3 das player 3 und wie viel wort viel wort viel sagt alexa keine ahnung warum hast du dir einen ki-assistenten eingerichtet? ich hab ne alexa auf dem tisch stehen warum zu erlagst du ne alexa? du hast doch amazon! ja das ist ja witzlich was ist denn mit dir? na cool da kann ich jetzt auch mit bingchat reden moment die spielt für musik die spielt für musik manchmal für mich und wecker stellt sie mir auch ist ganz lustig nein hier in jubon ist es nicht das weiß ich widerspricht gefüttert nicht ich weiß es ich weiß auch nicht es war irgendein krasser schauspieler es kann sein dass es der war den ich meine aber es kann auch sein dass ich komplett falsch liege an diesem code sprecher im überblick was daran gehe außen jahira kardach lesee minsk kaffrich 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 jk simmons ja ich hatte recht es ist tatsächlich ja es ist tatsächlich der typ der unter anderem den jameson in den spider-man-filmen den alten gespielt hat ah ja der ist aktuell beliebt für synchron rollen hier gibt es jetzt ein rätsel da darf man nicht alle fallen aussehen ich glaube wenn ich mich noch richter und andere da mussten wir die geschichte von kaffrich nachstellen einmal hier ich glaube die türme waren zuletzt also das zuletzt war in der mitte ich würde mal vermuten erst den hier dann den hier dann ich versuche es mal warte mal warte 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 bevor du was machst ich möchte erstmal alle fallen zu spät danke okay das war noch nicht falsch sie kann sein dass es falsch war ich bin hier gerade okay das war falsch und das war falsch dann andersrum die kunde kein problem als ob sich irgendwer mit dem charakter befassen würde also bitte dann das hier wir klicken einfach rennen auf die sache und dann das hier so nämlich nix frei rein geht's dann gehen wir mal ne da hätte ich glaube ich auch für das tagebuch lesen müssen ja da hätte was dran gestanden in welcher reihenfolge seine leidens geschichte und so bla aber interessiert doch nicht der mann stirbt aktuell nicht und das ist alles was wir wissen müssen ich habe es mitgenommen glaube ich das tagebuch dann können sie gerne nochmal lesen ich kann es dir gerne geben wenn du vorlesen möchtest nicht so unbedingt ja wie gesagt niemand interessiert sich für diese außerdem können wir weiter außerdem können wir weiter so erfragen der wird sonst noch erzählen ja ich muss mich hinter ich muss mich da hinter ihm sneaken und ihm die susserblüten nicht extra aufgewacht haben ach ich habe jetzt erst die animation für den fahrsprecher ja das nicht mehr ist das ich auch hier sind nicht fast ist das schwer sich hier gar nicht um hier um liegt noch im skelett ich gucke mich auf der anderen seite um das hat noch ein bisschen gehr da sich unnutzlose zeug Du bist doch immer nicht, du brauchst immer mal wieder was zum Schmeißen, oder? Ja, wenn du Müll hast, packst du mir ins Inventar. Wobei ich jetzt von dem Schmeißenbild weg bin, auf den... Ich mach mich unsichtbar und sneak attack alles. Wieso das? Weil das sehr viel stärker ist. Aber ich kann trotzdem Sachen werfen. Cross from light into darkness. Give your life to the shadows. Ich mach mal auf. Das ist im HLC. Du bist der Mönch, willst du die Sache machen hier? Ich weiß nicht mal, was hier das Rätsel war. Ich hab keine Erinnerung. Wir müssen erstmal hier rüber, ohne... Okay, dann mach ich das. Das sollte auf jeden Fall nur einer machen. Alle anderen sollten zurückbleiben, weil hier sind sehr viele Fallen. Du musst erstmal hier durch die Fallen durch und musst die Hebe betätigen, die hier in den vier Räumen sind. Und dann musst du... Ja genau, damit das nicht passiert. Ich wollte nur außen rumlaufen. Mein Gott. Du sollst erstmal die Schalter aktivieren, dann kommen die Lampen runter, dann müssen wir alle Lampen ausbauen. Und dann ist dann hier... Ist hier der Weg frei, dass wir in die Mitte rein können. Na gut, ich entschärfe mal hier die Fallen und mach hier das ganze Zeug durch, ne? Ich kann's auch mal versuchen, aber es ist halt wichtig, dass wir da vorsichtig durchlaufen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaub, ich hab hier alle Fallen mitgenommen und hab einfach irgendwann random... Ich hab da schon zweimal gemacht. Also... Stopp, ich entschärfe, ich entschärfe. Ich werde jetzt drüber gehüpft. Warum? Ich hab so massive Boni, ich schaff nicht unter 120 zu rollen dabei. Und der erste Hebel. Ja gut, ich mach dann mal hier drüben. In der Baus. Da ist ein Hebel. Ja, na dann. Da ist der Tempel der Schar, deswegen ist das erste Rätsel in der Dunkelheit. Ja, deswegen musst du vorsichtig sein. Okay, ich weiß nie, ich weiß nicht. Ja, wenn das Rätsel, die Rätsel alle schon zweimal gemacht hast, weißt du schon, weißt wie sie sind. Wenn ich Scharbriefung kann, kann ich dir auch helfen. Das weiß ich auch schon auswendig inzwischen. Die ganzen Rätsel. Dann mach sie. Ich hab keine Erinnerung mehr an Akt 2. Dann lass dich ein paar davon machen. Ich suche bloß dich dazu zu schauen. Nee. Ich mach die nicht alleine. Aber die darf immer nur einer machen. Deswegen. Ich meine, ich kenne noch die ganzen Prüfungen unten, aber ja. Wobei ich mich durch die meisten davon durchgebrut vorstab. Das weiß ich noch. Ich hab glaube ich einen von den Schatten in dem... Mach mal hier noch den Schalter. ...so auf den Sack gegangen ist. Mach mal das zu nehmen. Ich mach schon. Ich geh mal hier rüber. Au. Ach. Wenn man das schon viermal gemacht hat, dann weiß man, wie das funktioniert. Was ist eigentlich hinter der wuchtigen Tür? Mach das Licht aus. Kannst du mal durchgehen. Da drüben sind noch zwei. Oder eine. Mach dir keinen Schaden. Na so ist. Schattenherz haben wir jetzt nicht mitgenommen. So hier. Rätsel hat sich. Rätsel hat sich gewusst. Willst du es machen? Jetzt siehst du auch den Schein nicht das Ding, was dich zurückwirft. Jetzt siehst du auch, was dich dazu. Ups. Mach das Licht wieder aus. Ja. So, dann ruhig mal. Wenn man den Weg kennt, kann man es einfach so machen, ohne dass du die Lichter anmacht. So, ich hab das Rätsel gelöst. Ich bin durch die Steintür und durch die wuchtige Tür durch. Willst du noch mal durch die wuchtige Tür? Weil da drüben geht es weiter. Entschuldigung. Irgendwo gibt es hier noch ein, später gibt es noch ein Grab von Chavo, wo dann irgendwie vorbeten musste und wenn du es verherrzt hast, dann flog. Ich glaube, das ist sicher, sicher, dass das von dem anderen Ding war unten in der Kopf. Das war unten, weiter unten war das. Ich bin durch die Wuchtige nicht gesehen. Ich kann es in der Nähe von Balthasar, da gibt es da irgendwo ein... Das habe ich... Das habe ich mir da schon mit meinem Barbaren einfach verkackt. Und habe dann einfach... Ging es hier weiter oder ging es da unten weiter? Da geht es weiter. Ich werde es nicht hier noch nichts... Ja, wobei wir können auch... Bist du den Pilzweg damals lang gegangen? Welchen Pilzweg? Dann komm mit. Es gibt Pilzweg... Da gibt es für dich als Droide auch noch lustige Sachen zu tun. Du kannst mit Drachen reden. Ja, es gibt Pilzweg runter. Okay. Wobei, nicht hier, aber... Auf der anderen Seite. Aber hier hast du auch noch nicht gelootet. Ich folge dir. Ah, da fängt ein bisschen Müll ablegen. Die große Tür. Du kannst viel Müll ablegen. Du solltest vielleicht mal auf G drücken. Aha. Wieso das? Weil du eine Begleiterin auf dem Weg verloren hast. Ach so, ja, die kommt schon nach. Nein, kommt sie nicht. Du hast die Gruppe aufgelöst. Ich bin hier durch. Ich habe euch verloren. Auf der anderen Seite bist du da rüber. Ja, ich bin bei der großen Tür. Wir gehen jetzt den lustigen Pilzweg entlang. Ich versuche dir zu folgen. Ach, hier bist du. Ja. Da bin ich wirklich noch nicht lang. Das dachte ich mir, nachdem du gesagt hast, du kennst den Pilzweg nicht. Ich weiß nicht mehr viel von den Rätseln und so weiter von hier, aber ich weiß nicht, wie ich den Weg lang bin. Wahrscheinlich kenne ich deshalb die Rätsel nicht. Ich habe nicht... Ich glaube, ich habe das Rätsel nicht verstanden in dem Raum und habe mich einfach mit einem Barbaren durch die Tür ge... Weil er bin dann hier runtergesprungen. Nee, jetzt runter. Hier. Gucke nach dem... Oh, man kann einfach runtergehen. Ja, Mensch. Im Voranien und Fehl gestorben. Das ist gut. Ah. Hier ist... Ah, doch, hier war ich. Die Mantler, die habe ich bekämpft. Die Mantler habe ich bekämpft. Die kenne ich. Dann kämpf mal schön. Aber jetzt momentan war einer. Der bist du auch mit, oder was? Nee, du machst nicht mit. Ich guck mal, wo ist er denn? Reichweite. Ah, da. Es ist eigentlich relativ unschwer, den richtigen zu finden. Ich muss nur eine Sekunde weiter entlang und dann mit einem Kampf freitreten. Oh, ich bin nachher gegen das Ziel. Ah, scheiße. Ah, ist... Ich sehe mich mal zugegen. Du bekämpfst ihm nur die Schatten, das bringt dir nichts. Ich kämpfe gegen gar nichts. Ich habe jetzt nur mal kurz reingewallert. Und... Next. Next. Zu beenden und... Ja, kann das sein, dass ich wieder... Was ist da hinten an dem Griff, oder? Warum bin ich schon wieder halb tot? Vermutlich. Ja, komm, machen wir es so lustig. Ich halte mich ein. Ich halte mich, weil ich halte, aber hey. Jetzt ziehst du dich zurück. Und dann... Ja. Macht ihr mal. Das habe ich gleich. Ich bin jetzt mal seinen Schatten dran. Ich habe ihn jetzt da genommen. Auch weil es so Spaß macht. Ich bin wirklich so tagbar, als ich mich umdreht. So. Und da ist das Dauern von mir gar nicht. Ich so tue nicht so oft. Phantasma. Aha. Und dann noch von mir gegen hier. Als ob sie noch lebt. Zumindest. Du darfst. Ja, keine Sorgen. Du bist gerade im Nahkampf. Das heißt, das ist... Keine Spiele. Willst du mich verarschen? Die Sneaketacker hat die getroffen? Was? So. Jetzt müssen alle anderen auch... Auch... sich aufgelöst haben. Hatte... Hatte dir was Interessantes dabei? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier ist Geld. Ich habe ihn nicht gelootet. Dann hatte er gar nichts dabei. Hast du den nicht gelootet? Warum nicht? Ne. Kannst... Kannst... Ich habe den gelootet. Der hatte nichts dabei. Achso. Du darfst jetzt da drin mit dem Typen reden, der sich in einen Haufen Ratten verwandelt hat. Ich bräuchte erstmal ein bisschen Heiden. So. Ach, der sind die Ratten. Okay. Erstmal die Tür aufmachen. Ich habe keinen... Ja, nee. Ich habe keinen Dietrich. Ich auch nicht. Ja, aber ich habe waffenlose Angriffe, die lächerlich viel Schaden machen. Meine machen auch nicht. Aber keinen Schaden. Ich weiß. Meine ignorieren Resistenzen. Sie hat Verwundbarkeit und Energieverwundbarkeit. Ach, der hat Verwundbarkeit. Das erklärt's. Na dann. Okay. Ich glaube, an dem Punkt... Ähm... Ich erinnere mich an Angriffe schon. Dinge. Hier ist nur Bullshit. Wird gespeichert. Ach, ich glaube, hier war das Grab von der... Irgendwo in der Nähe. Ja, hier ist das Grab von der Schar. Hier. Ich lote die Pilze. Super. Warte. Noch mal mit Tierenregen. Habe ich das nicht? Habe ich keinen mit Tierenregen, oder was? Doch, mit Tierenregen. Und so Tiersprache. Könnte das sein? Zieh mal die Slider hin und her. Vielleicht hast du dazu... Ich hab die Triche. Halleluja. Ne. Könnte es sein, dass ich kein... Ich kann auch kein Sprechen mit Tierenregenregen. Aber... Du hattest auf jeden Fall was. Du hast mir einfach mit dem Hund geredet. Ich hab's hier gerade wirklich nicht. Ist egal. Der hat eh nichts Besonderes zu sagen. Finde es nur raus, dass der ein Typ ist, der sich in Ratten verwandelt hat. Habe ich's auch... Habe ich's irgendwann wieder verlernt, oder so? Ich hab Vertrauten für einen Platzer. Ich hab's hier gestaltet. Das bringt nix. Zeig mal her, das Ding. Ich gucke. Kannst du im Stream sehen, wenn du willst. Das gleich auch mal. Ich hab's geschafft. Du wirst ein Mensch, Religion sollte bei dir auch klappen. Du fühlst, als ob du nicht verbrannt hast. Du wirst nicht zwingend religiös. Du wirst nicht verbrannt. Du wirst nicht verbrannt. Du wirst nicht verbrannt. Und du wirst nie denовалиkt, sondern ... Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht' Mit so einem Demut, in aggressiver Scheuchen, dann kannst du den Rat ausstrecken, um zu zeigen, dass du nichts Böses bist, dann kannst du das Erscheinungsbild der Ratte studieren. Kritscher Fähster. Nichts für dich steht. Ein schweiziger Junge. Er hat auch ein Malus in seinen Augen. Das ist nicht normal, ist es? Deine Entscheidung. Ich habe sie beim letzten Mal alle getötet. In Karns Tempel. Oh, er holt dich auch mal. Ein glücklicher Schiefer läuft über deine Beine. Als ob du ein Träger durchlaufen hast und es immer wieder vergessen hast. Schattenherz hat hier ein ganz schönes Theater gemacht. Nur weil sie mitgenommen haben. Beide an meinen Fuß. Natural 20, schön. Der Vampir betet, wie ich niemals zuvor gebetet habe. Da drüben habe ich schon gelotet. Ah, ja. Da drüben gibt es noch eine Tür, da wäre ich ganz, ganz gespannt drauf. Ja, die hier. Du, jetzt. Ich glaube, der Hebel hat das geöffnet. Hier geht es dann gleich zu Balthasar. Wenn ich mich nicht... Ja, da drüben gibt es noch eine Tür, die habe ich nie aufgeklickt. Da brauchst du irgendwie einen 30er Wurf für. Auf der anderen Seite. Ach so, die hier hinten? Ja, die andere, gegenüber. Moment, Moment, was? Du bist selber reingelatscht. Ja. 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 Ein Freund. Komm ja mit uns auf... Gut, ich mach mal eben kurz ein... Ich mach mal die Richter zu. Bei der Grundverstärkung raus. Ich versuche die Richter zu schließen. Die Richter sind am wichtigsten bei der Grundverstärkung durch. Ich kann keine Sneakerattack. Da war es noch mal. So, einster ist aus. Eines habe ich schon fertig gemacht. Ne, das war ich. Ich will auch nicht genug belegen. Du musst mal wieder ein bisschen näher ans Nico rankommen. Nein, muss ich nicht. Ich muss gar nichts. Wir hätten jetzt noch eins. Wir müssen das ganz gut machen, aber wir haben den Kampf gleich geschafft. Ja, ich mache gleich die Strecke hier hinten auch. Dann kriegen wir gleich Verbündete. Eine Schatzkammer Tür, die meine ich. Ich glaube, ich bin noch nicht reingekommen. Da wäre ich gespannt, was da drin ist. Weiß ich tatsächlich nicht. So, jetzt darf ich aber mal drücken. Ich kriege hin, was raus. Lustige Sachen machen. Komm schon. Red 20. Und noch mehr Löcher. Fantastisch. Ich kann mich deportieren. Faktisch. Ich bin, was da drin ist. Jetzt bin ich vorhin. Es ist dran. Ich bin froh, wenn ich hier rüber open führe. Ich bin froh. Estet ihr auf dem Topf. Ich bin froh. 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 Eins weniger. Was ist da? Ja, sofort. Ich versuche das hier. Hier noch irgendwo Löcher. Da hinten, ja. Und hier, ach verdammt. Guckt man gar nicht hinterher mit. So macht man ein Loch weg. Immun gegen Feuerschaden. So macht man das weg. Ja. Komm, holen wir noch hier einen Crit rein. Wir haben noch keinen paar Minuten verloren. Das ist beeindruckend. Eiger. Wir stellen uns auf Reilgeamer ziemlich gut an. Jetzt hätten wir das Spiel schon mal gespielt. Ja und dann vielleicht. Das kann sich aber gleich ändern. Ich hab doch den mal hier. Ja ne, ich one-shot jetzt kurz auf den hier. Ich hau hier oben hier kurz. Dann fülle ich ihn rein. Dann fülle ich auch raus hier hin. Wo ist das letzte? In der Mitte? Das letzte ist da drüben. Also die letzten. Ich hab nur Sachen gehabt. Das heißt, ich nehme jetzt einen. Das sind gleich zwei. Ein paar Moschuskriecherblätter. Wo ist das zweite? Das ist glaube ich da drüben. Ja. Da sind noch drei hier. Ja, ich komme gerade leider nicht hin. Na ja, egal. Du kriegst was nichts zu sehen. Gut, ist das gerade lästig. Das ist besser als wenn sich alle öffnen. Das ist besser als wenn sich alle öffnen. Das ist besser als wenn sich alle öffnen. Warum hat das auf Helmand 32? Das Loch ist viel stärker geworden. Ja, das sind die, wo die in Anführungszeichen Bosse rauskommen. Deswegen kümmere ich mich darum, dass die beschlossen werden. So, Sarion macht jetzt mal den einzig sinnvollen Move. Er bewegt sich hier rüber. Hat nicht genug Bewegungsreichweite für irgendwas. Sein verdammten Leben. Tja. Wo sind die Löcher hier hinten? Gut, dann haue ich jetzt die Black Tentacles hin. Dann sind die zumindest nochmal. Nein. Ganz anders sind die. Ja, ich hab halt jetzt schon die beiden erlebt. Und dann sind die schwachen Gegner zumindest schon mal aus dem Spiel. Weil die werden dann wahrscheinlich für One-Shot hinter mir erscheinen. Ja. Ich klopfe mit auf das Loch ein. Dann mach ich mich mal mit Kadach hier rüber. Ah, Windschweiz. Dann kommen wir noch so ein bisschen drüber. Schön. Cool. Ich hasse alles. So eins weg. Ja, cool. Und ich komm nicht weit genug. Ich komm nicht weit genug. Ich muss dann wieder mit Fernkampf arbeiten. Scheiße. Fertakel so scheiße. Ja. Was genau nicht, natürlich. Toll. Ich muss erst nachkämpfen auch viel zu oft. Und die rennen in die Fertakel. Was sonst? Für einen doch weniger. Ich öffne mal hier hin. Musst du nicht. Ja cool, danke. Das hat eh noch ein HP. Okay. Er macht jetzt gar nichts. Weil du hast gerade alles ruiniert. Entschuldigung. Das hatte er noch ein HP, das Loch. Ja, ich weiß. Und der Tauberer kann nicht viel tun. Das gibt die Runde. Natürlich hat er dich selbst attraktiert, dass der Gegner nicht durch die Tentakel läuft, sondern ist uns verbündet. Was sonst? Was sonst? Ich bin hier ein bisschen mit 10. Sehr schön. Jetzt machen wir mal den hier. Viel Spaß. Oh, ich hätte mich porten können. Das ist natürlich sinnvoll. Ich habe vergessen, dass ich mich teleportieren kann, Edwild. Hm. Tja, passiert. Den Vampir haben wir wieder zurückgelassen. Wie immer. Endlich ist Nebelschritt. Ja, aber mich kotzt nicht. Der Weg ist blockiert. Dann laufe ich halt hin. Lasst ihn einfach von den NPCs fertig machen. Wieso bin ich mit Kämpften? Haha, in dem Spiel. Mit einem Schaden. Ja, weil die sich halt verdient haben. Ich bin ein bisschen geschütterer. Faktiert. Ich bin ein langsartierter. Ja, hier bin ich. Ich bin ein bisschen schlauber. Da sind wir, wie sich das schütte? Ich hätte mich selbst hasten können, ich bin so dumm. Dazu sage ich mal nichts. Das hast du nichts gesagt. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Nur eine Woche. Ich habe vergessen, dass... Ja, ich habe vergessen, dass ein Schild war, dass ich mir selbst Haste geben kann und dann einfach abgeben wie noch was. Ah, Fleisch. Ah, Fleisch. Hast du den jemals genutzt? Ja, im Kampf mit dem Dämon unten. Möchtest du mit Balthasar reden? Dann gehe ich ganz kurz ins Lager, Moment. Würdest du ihn nicht anhalten oder? Halte ihn im Gespräch. Nein, halte ihn im Gespräch. Tu mir den Gefallen. Okay. Beziehungsweise antworte einfach gar nichts, weil ich hole jetzt Zeug. Und dann schießen wir seinen Bosskampf später. Und wie du meinst. Nicht nur ein wahrer Mensch hätte, in meinem Weg durch diesen Ort zu folgen. Du solltest dich glücklich sein. Wie seid ihr? Ich habe direkt vor eurer Nase gekämpft. Wer immer ihr seid, eure Hilfe wäre nützlich gewesen. Wahrer Seele mutig von euch, mich als Gleichgissen zu sehen. Natürlich geboren. Jetzt haben wir das jemanden in den Mühe nehmen. Paladin, ich freue mich darauf, euch den Kopf auch von den Schultern zu trennen. Willkommen. Ich glaube ich habe ihn gerade herausgefunden. Ich glaube ich habe ihn gerade herausgefunden. Idiot. Du bist ein Verbrauch von Fleisch. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Okay, du kannst fangen, was du willst. Ich loote nur sein Zeug. Ich habe jetzt einen Kampf mit ihm. Cool, danke. Er hat mich gerade herausgefunden. Jetzt haste ich mich mal selbst. Moment. Das könnte nötig werden. Cool, 91er Charakter. Warum nicht? Er hat aber ziemlich stark gezaubert. Das könnte... Den solltest du schnell ausschalten. Deshalb wollte ich ja seine Zauber eigentlich blockieren. Ich habe die Paladin-Option genommen. Die Paladin-Option war f***ig. Die Paladin-Option war f***ig. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da ein Kampf draußen entsteht? Flasch ist ziemlich stark. Lasst uns kaltes Arbeit auf das machen. Ja. Einmalhaftig Counterspelled. Ein kritischer Fehlschlag. Genau da. Wenn ich dran gewesen wäre, hätte ich ihn festhalten können. Aber was so ist. Du hast halt eine schlechte Initiative gewählt. Okay, gerade noch kämpft gegen sie hier. Ich habe kein Fork-Level-Ding mehr. Das ist optimal. Für jeden einen. Sehr schön. Oh, nice. Hand auch mal. Ja. So, 10. Fleisch wird halt jetzt böse. Soll ich versuchen Fleisch zu fesseln? Ne und ein gütiges Tier. Oh Mist. Eigentlich kein Balthasar fesseln. So, hier. Oh. Ja cool. Du hast ihm halt noch eine Feuerstelle gemacht. Weil er hat gebrannt. Ich habe ihn mit Ranken gefesselt. Nein, hast du nicht. Ich habe es zumindest versucht. Wir müssen versuchen den Fleisch irgendwie abzumesseln. Vielleicht kriegen wir nicht dauernd. Meinst du? Das wird nicht dauernd. Ich mache es wie optimistisch der Morvest. Natürlich, jetzt hast du die Kist angezündet. Unter ihm. Das ist nicht gut, ich bin tot. Ja natürlich, weil er viel zu high-level ist. Deshalb wollte ich ihn mit den Wussroh-Blüten machen. Weißt du wo du zuletzt gespeichert hast? Äh, am Anfang des Streams heute. Ja, dachte ich mir. Deswegen sollten wir ihn jetzt besiegen. Nach Möglichkeit. Wir haben ein Team mit dem verloren. Das ist bei den Spielleitigsten. Wir hatten noch 19 Endspielers. Von ihnen schatten wir den Kriecher hin. Ich weiß nicht ob der Rest dann einfach vor. Dann wird er nicht. Der Rest wird weitermachen. Bist du noch irgendwie am Leben oder? Bist du auch schon am sterben? Ein HP, aber soweit ich dann bin bin ich tot. Oder jetzt. Soviel dazu. Du sollst leben, um das zu schweigen. Oh, vielleicht. Das war eine wirklich einfach nur dämliche Entscheidung. Das hätten wir jetzt schaffen müssen. Das hätten wir jetzt schaffen müssen. Ja, wir sind zwei Level unter dem, was wir eigentlich nicht haben sollten. Hätten wir es schaffen müssen. Sobald er saß tot. Ja, das ist schön. Dann leg dich mal mit Fleisch an. Dann werde ich wohl müssen. Achja, 174 noch. Wenn ich noch leben würde, wäre das kein Problem. Dann zeige ich noch gar nicht. Ich kann doch noch ein paar ins Spiel. Aber nicht mehr lange. Ist jetzt alleine gegen alle. Sind doch noch ein paar. Und Fleisch ist jetzt dran. Und wie viel Schaden mache? Gut, ich kann so ziemlich nichts tun. Doch kann ich. Ja, wie ein Kramfrausch manuell beendet. Ich bin jetzt eher am Arsch. Oh, ich bin noch nicht am Arsch. Ja, du hattest noch einmal diese Aktion. Jetzt bist du am Arsch. Vielleicht kann ich noch eine Runde rauszudern. Nein. Na. Na dann, willkommen zu einem neuen Steam. Ja gut, das war's dann mit unserem Run. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Nö. Es gab ja ein Autosave nach der Probe von Char. Ach so. Das müssen wir mal wieder machen. Die Pilzsache müssen wir noch mal machen. Kein Ding. Oder wir können noch auslassen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das hat ja nichts. Wir können auch liegen lassen. Wir können jetzt den anderen Weg nehmen. Modi. Ja, den kenne ich zum Beispiel nicht. Da haben wir jetzt die Möglichkeit dazu. Ist doch. Na doch mal Vorteile. Oh. Aber dann habe ich keinen Dietrich mehr. Hm. Und diesmal sprichst nicht du mit ihm, weil wir wissen jetzt, dass die Suchserblüten nicht funktionieren. Wir können uns doch einfach erstmal mit ihm anfreunden und ihn dann später bekämpfen. Äh. Später bekämpfen wird sowieso easy. Wir haben Counterspell und wir haben Psyonischen Rückschlag, der beim letzten Tor eben in One-Hit war, also den Toten beschweren wollte. Okay, wo zum Beispiel... Okay, wo zum Beispiel... Ach, hier sind wir. Okay, das... Ja, bevor wir die Tür geöffnet haben. Ich kann mich, um meine Hand auf alles zu setzen. Okay, die Tür ist offen. Die Tür ist schon immer offen gewesen. Ah, jetzt müssen wir die Kämpfe nochmal machen. Ah, nun müssen wir die Kämpfe nochmal machen. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Wichtig, aber weiß ich auch was ich tun muss. So, erst mal... Ich muss die Lecher möglichst schnell ausmachen, weil damit... ... damit wir nicht... ... die Kämpfe ein bisschen verkürzen. Aber die nicht nochmal... Du hast mich stolz auf meine Battleground. Warum? Ich bin ein Freund, Foe, Thieving Scavenger. Ja, ja. Du findest dich in eine totale Putrid-Skull. Du findest dich in eine totale Putrid-Skull. Du findest dich in eine totale Putrid-Skull. Ah, ein Freund. Ein Freund nicht eingeführt. Okay, Kampf geht los. Muss ich erschließen. Oh, ich hab den Rahmen noch bei mir. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass ich Laufen-Protum spüren kann. Naja, egal. So, erstmal Haze, dann hier runter. Ich hab hier einen Rabe. Der bringt sehr viel, der Rabe. Der Rabe kann viel tun. Ich versteh dich übrigens gar nicht. Die Musik ist lauter. Wir haben immerhin... Wir haben einen Raben im Kampf. Äh, ja. Der Rabe ist nicht schlecht. Der kann nicht abwenden. Der kann... Der kann nur hieksen. Möchtest du... Möchtest du den Zug vielleicht auch langsam mal beenden? Ah, ja. Das wäre mein Ding. Das war's da, Rian. Ja. Was hast du dieses Mal vor? Er ist relativ sinnlos in diesem Kampf. Vielleicht können wir die Lüche diesmal schon abschließen. Damit das hier nicht. Ja, ich meine, er wird jetzt sich in die Mitteflation und alles wegflasten, was da erscheint. Aber sonst, wie soll ich denn los sein? So, vielleicht könnte ich mal Schatten-Schritt, wo habe ich es? Hierüber machen. Du hast einen Mistis, der nicht kostet einen Zauberplatz. Gute Arbeit. Ich bin mal hier drüben. Eins weniger. Da war es noch eine, zwei Löcher vorne. Und da hinten noch welche. Da hinten ist jetzt noch eins entstanden so ein Mist. Und der Vogel ist tot. Natürlich ist er tot. Was glaubtest du denn? Und der Vogel ist tot. Und der Vogel ist tot. Hier auch. Jetzt öffnen sich die Löcher dort drüben. Verdammt. Vorne ist noch eins. Und da hinten ist jetzt. Hier ist keins mehr. Hier direkt bei mir ist eins. Ich weiß. So, ich hau den beiden mal. Ach Scheiße. Verdammter Unterbrochener Weg immer. Und der Unterbrochener Weg ist auch lustig. Steht halt ein Altar am Weg. So ein kleiner Tisch über den da. Über den kannst du ja nichts werfen. Ja ne. Exakt der Kerzenhalter ist leider im Weg. Man kann es auch nicht dran vorbei werfen an so einem Kerzenhalter. Ja. Aber ja, das muss uns. Du kriegst zwischen Sachen und Pebbles geht. Ja. Ja. Das ist mein halt. Rechtsfeuer, ich sehe es mal. Das ist bei mir hier drüben. Na ja, mach mal. Noch und noch weniger. Na ja, jetzt steht hier. Nein, nur noch. Hier steht keiner. Und keiner steht hier oben. Nein, nur noch. Hier steht keiner. Ich mache es alle. Das habe ich vor, keine Sorge. Jetzt sind hier hinten noch zwei und eins in der Mitte. Einer treffieren. Hinter mir ist noch eins. Vier mal angreifen pro Runde ist ziemlich stark, nach wie vor. Hast du doch schon mal sieben oder acht? Ja, ich habe aber keinen Elixir des Blutwursts diesmal. Ja, das tut sich ja gut. Schocki, direkt hier. Hm. Sehr schön. Da war es nur eins. Er war mal nützlich, Mensch. Jetzt sammeln sich hier alle. Natürlich. Da war es. Darf ich nicht mal mit ihm reden? Danke. Wolltest du nicht was besorgen und währenddessen mit ihm machen? Funktioniert nicht. Beziehungsweise, ich kann einmal ganz kurz gucken im Lager. Hauptsache, du nimmst nicht wieder die Paladin-Option. Ich spreche auf jeden Fall mal. Nee, ich kann es nur öffnen. Ich kann mit Fleisch reden. Ah, nein. Dann rede ich mit Walter Saar. Schade. Ich bin dabei weiter aus seinem Gespräch. Ich bin dabei weiter aus seinem Gespräch. Ich bin dabei weiter aus seinem Gespräch. Ich bin dabei. Und ich bin dabei auch. Good news. Ich habe einfach nur den falschen Beutel mitgenommen gehabt. Warte mal in Gespräch. So, Lager verlassen. Palladin, ich freue mich darauf, weil ich den Kopf habe. Ja, es funktioniert. Es funktioniert doch. Warte, 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 bevor du antwortest, bevor du antwortest. Warte, du bitte. Ich muss das jetzt wirklich echt ausprobieren. Was mache ich denn? Ja. Okay, ich würde sagen, ich habe direkt vor der Nase gekämpft. Okay, ja. Ich werde mir jetzt seit Hilfe oder Hilfe nützlich gewesen. Bist du fertig? Darf ich antworten? Ja, ich bin fertig. Er kann keine Spells mehr cast. Sollte man ihn angreifen oder? Nee, nee, sei mal nett. Sei nett. Wir wollen gleich mitnehmen. Aber nicht in mir. Du kannst gerne zuschauen. Oh Gott, das ist so großartig. Das hat funktioniert. Dann haben wir weiter gesagt, wenn wir mitnehmen vor, ja. Mit mir und so. Jetzt hat er seine Geschichte blablabla. Ja. 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 Warum ist das Relic so wichtig? Oh, ich habe es gekämpft. Anwalt herfen. Jetzt. Gut. Wenn es mir gebraucht wird, wird dein Blablabla. Der Relic benötigt meine Hilfe und den Veröffentlichen. Ich denke, wir müssen selbst nutzen. Ich habe keine Ressourcen. Ich werde hier bleiben, bis ihr zufrieden habt. Ich nehme die Ressourcen. Ich nehme die Ressourcen. Gib mir etwas, was mir in meiner Suche hilft. Ja. Ich kriege Fleisch. Ich kriege Fleisch. Und er wird kommen. Mein Bruder hat kein intellektuelles Macht. Fleisch bleibt hier, bis Kork. Aber keine Angst. Er hat sehr scharpe Hörungen. Okay. Ja, guck ihn dir an, wie er leuchtet. Er wird nie wieder in seinem Leben ins Feld kasten können. Na dann. Wird der Kampf später lustig? Ja, der Kampf später wird lustig, weil er einfach nur da steht und sich wundert, was er tut. Was wollen wir jetzt machen? Jetzt versuchen wir mal die Tür hier zu öffnen. Schatzkammertür. Da habe ich es noch nie reingeschafft. Wenn wir das mal schaffen würden. Kann ich gleich mal versuchen. Ich würde aber ganz kurz mal... Das wäre echt lustig. Verdammt. Ich will nicht wiederbelebt werden. Ich habe keine Ahnung, was hinter dieser Tür ist. Die habe ich in zwei durchgehend, die ich bisher gespielt habe, aber nicht geschafft. So, ich habe es auch... Ich hatte irgendwie 30 Schlossknappe Werkzeuge. Ich habe es versucht und ich habe neue versucht. Die Tür war... Die ist unöffenbar. Ja. Ich guck mal eben. Äh... Ich habe gerade kein... Diebeswerkzeug. Das ist schlecht. Das heißt, ich habe noch kurz zurück, weil da hinten lag was. Das habe ich offensichtlich noch nicht genutet. Alles gut, eins haben wir. Wir können es unendlich oft versuchen, wenn wir nur... Reload ist. Ja, ne. Unendlich Reload werde ich nicht. Ja, aber wir können es zumindest versuchen dann. Hier hinten lag nämlich... Also ich habe... Ich fände es jetzt sehr cool, wenn du es zumindest im Fürst... Äh... Im Fürst-Train schaffen würdest. Ich habe dafür 100 Versuche gebraucht. Ich habe die, glaube ich, geöffnet damals. Dann mach es jetzt wieder. Ich check mal, hier habe ich halt den Schmuggler-Ring dran. Immer Sicht-Ring-Ring ist zwielig. Warte, ich spreche mal kurz, bevor du es machst. Also gut, ich hau mir jetzt nur... Perfekt. Ich habe mir nämlich gerade den guten Ring reingehauen. Jetzt bin ich noch besser im Schloss knacken. Äh... Ja, cool. Probieren wir mal. 30er, ich bekomme eine plus 12. Natural fucking 20. Und die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Nice. Die Tür ist offen. Ich loote. Ey, ich loote. Ich war hier noch nie. Viel Geld. Das mag ich, das hat Fakt. Noch mehr Zeugs. Gucken wir mal, was da für Schriftrollen dabei sind. Ob sie nützlich sind. Moment. Du brauchst sie mir eh wieder. Schriftrollen äußerlichkeiten. Sehr selten. Tarnel, bist zu viel Mitgliedern in der Arm-Til-Gruppe. Dominate Person benutzt du nicht. Die Schriftrolle brauche ich zwingend. Den Rest kannst du gern haben. Personen beherrschen meinst du. Kannst du haben. Ja, Personen beherrschen. Das möchte ich gern haben, danke. Und Hold Monster ist... Na, meh. Guck auch mal, was das hat. Fakt war, was ich gerade gefunden hab. Schriftrollen äußerlichkeiten. Das ist... Tarnel, bist zu viel Teammitglieder der Arm-Til-Gruppe. Wir können mit der auf einmal... Gucken wir uns alle tarnen damit. Das ist eigentlich sehr geil. Uh, das ist... Das ist was für Kalach, das... Ding. Was, welches Ding? Ein fanatisches Eisen hab ich hier gefunden. Der Ring packen. Ja, ich hab hier grad ins Inventar gepackt. Den Ring des... Lichts oder so. Er macht Bonusschaden, wenn Gegner erleuchtet sind. Sie hat eine Waffe, die Licht ausstrahlt. Na dann, sie hat noch einen Ringsklotz frei. Ja. Das hab ich mir nämlich auch gedacht. Das könnte nützlich sein. Selbstverbrennung hab ich hier. Ist nicht viel ein Bonusschaden? Nein. Ich hab's jetzt selbst... Ich hab's jetzt selbst... Selbstverbrennung für Kalach. Das ist nützliche Sache für Kalach. Können sie mal im Schrank im Kopf einsetzen. Ich mein, das geht. Oder soll ich's meinem Charakter geben? Selbstverbrennung. Selbstverbrennung. Oh, der Menschendorf. Nett. Was bringt denn Selbstverbrennung? Machst du denn selbst Schaden oder... Du machst hier selbst Schaden unter den Leuten um dich herum. Ah ja. Das ist quasi... ...die Feuerversion von der... ...Battle Rager Unterklasse... ...und regulären D&D. Komplett... Komplett useless verglichen mit allem anderen. Ah ja. Ich bin schon mal weiter gegangen. Walter sei es außer Gefecht gesetzt. Das heißt, wir können jetzt die Prüfung machen. Die sind eigentlich ganz lustig. Und ich hab den Wegpunkt. Mal sehen. Mal sehen. Ich komm mal hinterher. Wenn du auf mich warten willst. Du kannst dich einfach porten. Und jetzt hier geht's lang. Du bist... Ich bin schon links unten. Du bist falsch. Nein. So in Prüfung geht's aber hier lang. So in Prüfung geht's hier runter. Ich weiß, aber ich guck erstmal oben nach. Wenn ich das immer mache... Ich glaube das ist der Weg zum Dämon, oder? Zu dem Teufel. Zu dem anderen. Ja, Teufel. Ja, Entschuldigung. Ja, zu dem geht's hier rüber. Da ist der Schattenbestie uns dann... Ja, da können wir... Können wir... Ach, hier sind wir. Okay. Da können wir den überreden sich selbst umzubringen. Da drüben. Können wir versuchen, oder wir machen ihn einfach fertig. Äh, machen wir erstmal die Prüfung, würde ich sagen. Das können wir nicht machen. Das ist ja schon die erste Prüfung. Das ist ja auch schon der erste Stein, den man dort hat. Ach so, ja stimmt. Der Typ. Ist quasi die erste Prüfung. Also komm. Da ist der Schattenbestie. Ich hau mal eben ne Short Rest... Soll ich mal ne Short Rest reinhauen? Wir sind alle angeschlagen und brauchen vielleicht Ressourcen wieder? Gut. Ich brauch's nicht. Außerdem werden wir den... Dann nehme ich Gäste, dann werden wir gar nicht kämpfen, wird. Wir werden kampflos da rausgehen. Lass mich kurz speichern. Ja. Lass mich das. Ich lass dich das machen, aber wenn du halt den Wurffall raust, dann müssen wir trotzdem kämpfen. Und der Kampf ist hart. Ja, sei denn ich schaff's... Den schon... Also wenn der... Also wenn der schon seine ganze Armee ausrottet... Dann haben wir schon mal... Ich platziere mich schon mal taktisch oben. Ich bin... Wir sind Nahkämpfer, das heißt... Äh... Wieso redet der noch nicht mit mir? Ah, hier. Was ist das? Aber du bist zu frisch für dieses Platz, nicht wahr? Ja, es gibt einen Anfang zu reden. Was wirst du wissen? Nur was ich kann... Es ist Raphael. Ich kann ihn all über dich riechen. Warte, ihr kennt Raphael. Ich weiß nicht, was ihr da redet. Warte, ihr kennt Raphael. Und das hat mich nicht entführt. Du hast mich gebrochen. Du hast mich gebrochen. So, jetzt müssen wir unter mich sagen... Können wir uns gegenseitig helfen, oder ich weiß ein neues Weg. Ha! Da, wo ist er? Wir pissen auf den Teufel, egal was wir tun. Pick euren Poison. Wir haben die ganze Menge gebrochen. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er seinen Vertrag erzählt uns. Dann können wir auch von dem Vertrag dann... Erzählte seine Erfahrung. Vielleicht können wir uns gewissentlich helfen. Und so weiter... Und so weiter... Was? Ich bin mir überraschend, dass dieser Mann alle diese Dörter in der Zeit schlugt. Aber was soll es tun? Bravo, das war schrecklich. Vielleicht solltet ihr beim Töten bleiben. Wieso wird mich nicht bezahlt? Ich habe mein Vater gemacht. Insofern, Zeit, um sterben. Wir müssen etwas übersehen lassen, lasst mich diesen Ort vielleicht durchsuchen. Nee, wir müssen... Nicht durchsuchen, sondern... Ich habe auch mal andere Optionen eigentlich für. Die ich wahrscheinlich verkackt habe. Soll ich schon mal... Ich gehe schon mal raus und bereite schon mal einen Sneak Attack vor. Ich glaube, wir haben es schon verkackt. Okay, wir haben das verkackt, ihn zu überreden. Alles klar, Sneak Attack Idee. Müssen wir jetzt den Kampf fort machen, oder wie? Ja, wir töten müssen. Warte, ich versuche noch mal mit ihm zu reden. Äh, ich habe schon geklickt, ich kann das nicht mehr abbrechen. Ich bin gerade im Gespräch mit ihm. Fantastisch. Was? Wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Der Kampf ist vollkommen machbar. Aber du stehst gerade sehr ungünstig. Beziehungsweise ich stehe ja ungünstig. Nein, ich stehe äußerst günstig die... Du schon. Für dich ist es... Für mich ist es ziemlich gut, weil ich keinen Darkness kache und habe dann permanent Vorteil, weil ich sehe es. In der Darkness. Aber ich stehe mitten in ihm. Du stehst vor ihm. Und? Sie sind überrascht. Ich versuche den großen auszuschalten. Ja. Einmal ein schönes Sneak Attack. Boom, boom. Oder so. Schlachten von einzeln aufhören. Spießt jetzt erstmal Musik. Natürlich. So, dann... ...setzen wir den Meinländer. So. Geht dann auch. Du hast ihn weggesmited, alles klar. Sehr gut. Der ist nämlich der gefährlichste Gegner. Der Rest ist einfach nur Bullshit. Wo ist er hin? Ist er gerade nicht weggefallen? Er ist einfach despawned. Er ist zur Asche geworden. Yugi ist jetzt... Der Haufen Asche hier. Ach, okay. Ich habe ihn mal genotet. Ah, okay. Das wollte ich nämlich sonst meine Runde machen. Der Haufen Asche hier ist er. Die wären alles zur Asche übrigens. Und der hat eine Armbrust. Rindenfeuer Armbrust. Die sind alles Surprised. Das heißt, einmal schön Autentisches hier hin. Einmal die Spinger da. Übrigens, der hatte kaum einen Boots dabei. Der hatte nur eine Armbrust. Äh, ja. Die Armbrust ist aber ziemlich gut. Wenn ich mich richtig erinnere. Na ja. Wir sehen, nur Strahler hat die dazu. Wie gesagt, relativ gut. Nicht super, aber relativ gut. Ah, ja. Hier oben ist noch einer. Ich würde mich nicht mehr bewegen. Tja. Die Täuschungsbeste ist gar nicht da unten gewesen, Lulis. Doch, die ist da unten. Was auch? Nein, die ist oben irgendwo. Die ist... Ne, die ist außerhalb des Raumes. Die steht dort. Steht hier unten. Ja. Ja, bei mir war sie da unten. Ja, bei mir war sie unten auf ihrem Bett. Damals irgendwann. Das hat das alles sehr viel schwieriger gemacht. So, was machen wir jetzt? Äh, nicht in die Darkness gehen, wäre am Anfang. Und den Typen vor dir aussetzen. Da bin ich ja schon. Aber ich kann da raus. Ja, das ist... Das ist gut. Ich will nämlich die Darkness um mich herum haben. Weil dann kommen sie zu mir. Und dann kann ich sie fertig machen mit Sneaketacks. Ich treffe die gar nicht, dass es mich probiert. Ähm, du kannst sie auch nicht sehen in der Darkness. Du musst andere auswählen. Andere gibt's gerade irgendwie nicht. Gucken wir, ob ich die Täuschungsbeste erreichere. Den Typen da. Hinter dir. Kann ich nicht. Treffe ich nicht. Der Typ. Die sind nicht im Mond gegen Blind. Das ist super. Mal schauen, ob ich zur Bestie rüberkomme. hier stehen zumindest prädestiniert der weg ist unterbrochen fantastisch ja ich akzeptiere den gelegenheit ja das ist schön oh nein die sind immun gegen feuer schaden das wäre super dumm das ist was ich wollte das war schon jetzt haben sie zumindest das darin will reden jetzt das darin hat bei mir gerade eine dedalook sequenz irgendwie hätte gerade der will mit dir reden wahrscheinlich schön von wegen sag mal was war das für eine dämmliche aktion gerade als ob ich keinen vorteil gegen die du bist ich kann mich hier nicht importieren kann ich hier rüber schießen ne die habe ich noch nicht so ein mist dann hier täuschungsbestia ich weiß wo du bist so kann ich mich vielleicht irgendwie du kannst nach und nach die hypnotisierten weg flippen ich kann die enttäuschungsbestia feste ich kann das hier machen ah black tentacles schön meine sind ja gerade verschwunden immer ein guter move und das hier kann ich machen ja und hab die tentakel aufgelöst du kannst einen konzentration zauber wie lange spielst du dieses spiel schon das war es dann mit unserem kampf also mir geht es noch gut dann mach die mal fertig das darin ist tot ja die kommen jetzt alle zu mir hoch deswegen ja das kriegen wir nicht hin das war der dark das war eine super dämmliche ja das kriegen wir hin das ist noch kein problem die täuschungsbestia ist das problem die kleinen hier ne die kleinen sind das problem die täuschungsbestia ist berechenbar ok dann schaffen wir das problemlos und lass mich mal angreifen sie müssten mal irgendwie da hinkommen ich kann mich deportieren das praktisch nicht so lange wie du denkst wir haben vorher gespeichert so flächenangriff habe ich leider nicht das ist natürlich blöd schattenschutz habe ich nicht mehr dabei schattenschutz habe ich nicht mehr dabei dann mache ich mal diesen hier und die sind hier die staan ich kann mich nicht mehr ich kann mich nicht mehr so Ja, die greifen das schnäftig an. Gut, das war's dann. Da kann ich nochmal versuchen, ihr zu bereden. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe es jetzt mit dem Spielstimm genommen, wo... ...wür ich dir noch überzeugen kann. Und ich muss nochmal eine Hand... ...wür ich den Kampf nicht schafft. Dann machen wir nochmal von vorne. Das muss aber nicht... Ach, Mist. Ich habe doch hier einen Sprecherpunkt... ...ja, hier... ...so machen wir's. Ich bringe dir mal kurz die Sprache um. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss immer noch mehr warten. Ich muss immer noch mehr warten. Das Perfumetrickstor schwindelt mich, mich befestigte. Wo ist er? Wir sind ein Geist, egal was wir machen. Pick deinen Wut, wir werden den Fallout behandeln, wie wir immer machen. Du kannst nicht helfen. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphael's slave. I don't know exactly what I'm talking about. I'm surprised this guy stopped all those dark justices. That's what orphans do. But Raphael, I'm not convinced he should have seen that. Let's do it. I'll have both, if I wish. No, he's not the answer. He's not my prey. I expect I may be trapped. Let's do it. Let's do it. Es gibt doch die Option. Hat's mit dem ein Rettungshof zu tun? Jetzt habe ich wieder in den falschen Spielstand geladen. Yay. Das dauert heute ein bisschen. Oh, die macht eh noch Pause. Können wir auch die Zeit hier mit verschwinden. Ich will den jetzt, ich habe das schon zweimal geschafft und zwei durchlaufen. Also im ersten Mal habe ich das geschafft, den... Da hat er nur die Sander keinen umgebracht. Der Täuschungsbeste und er hat... Kampf lief gut. Kampf lief gut, sehe ich. Ich habe nochmal versucht, ihn zu überzeugen, aber... Ich glaube, dieser eine Rettungswurf, den brauchen wir, um das wirklich zu schaffen. Motiv erkennen, ja klar. Das habe ich jetzt zweimal schon verkürzt. Ich versuche es immer nochmal neu. Wie war die Pause? Nee, falscher Spielstand. Das hier müssen wir. Ich versuche es jetzt noch ein drittes Mal. Wenn nicht, dann... Können wir nochmal den Kampfhundell versunken. Vielleicht weißt du es jetzt besser und... Verschwendest nicht deinen Angriff mit... Mit Darkness. Ich... Ich... Ein bisschen modig. Asmr. Mhm. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, statt Brötchen... Brote einfach immer Raps zu machen. Ist besser. Hast du mal daran gedacht, ein ASMR-youtuber sollst du uns machen? Ich meine, oh nein. Was ist das? Nicht... Heilig Gott. Was wirst du wissen? Nur was das ist. Ich kann ihn all über dich riechen. Ich bekomme keine Riechen, das ist eine Regel. Trapp mich! Ich hätte mit diesem Teufel zu tun können und mir sollte ich helfen. Wo ist er? Wir pissen auf den Teufel, egal was wir tun. Pick deinen Teufel. Wir behandeln den Fallout, wie wir immer tun. Du kannst! Entweder ich erfülle den Kontrakt. Die! 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 Ach, verdammt! Lass uns ihn abmunkzen. Diesen einen verdammten Wurf, den ich nie schaffe. Bist du ready? Auch nicht, ich muss Feuer noch ausmachen. Und die Kerzen und dann kommt die Sneak Attack. So, er lässt uns gehen. Dann kann ich mich vielleicht noch besser positionieren. Ich will mit dir reden. Ich habe ein... Ach, komm! Ich stehe wieder mittendrin. Danke dafür. Ich bin ein ENA-Kämpfer. Ja? Ich komme nicht an den Typen ran. Was ist denn das für eine Scheiße? So, jetzt. Dann willst du dann hier schon mal ein paar... Kleinen ab? Kaff suit. Hum毅! sulla附n! Brühe! Na ja! Nötig wird alles in Kohlen tiereина дв lions! denen... Astーん... Om das geht. Daere ist Hey, ich stelle erst mal. Mach dann genau das. So. So. Hier finde ich mal ein paar Tentake platzieren. Ja, die würde ich dann in dir platzieren. Lass mal. Ach was soll ich, ich bin schon fast draußen. Ich mach mal hier. Oh, hat nicht geklappt. Ja. Jetzt hab ich meinen Wurf verbraucht. Ah, ich kann ihn wieder teleportieren, praktisch. Dann fang ich mal an die kleinen Jaxen mitzeln. Viel Spaß dir da unten. Na du, ich hab nur ein paar Anwürfe. Dann räubst du von unten auf und nicht von oben. Äh, was? Ich hab keine Ahnung, wieso der jetzt seine Bomben werfen konnte. Wir haben jetzt unendlich mehr Gegner im Kampf. Was ist da passiert? Das sind Bomben. Fantastisch. Ich stehe außerhalb. Das macht nur ich beide wieder. Aber der Henniker schaff ich den Kampf ja auch nicht. Versucht bitte nicht zu sterben. Der Kampf ist irgendwie gerade ein bisschen buggy. Da ich ja leider keine flächendeckenden Angriffe habe. Das ist ja jetzt... Wenn ich da ein bisschen... Nichts was ich Feuerball und so hätte. Ha, er ist darin schon wieder tot. Ja. Ah, du auch wie ich sehe. Der hätte die nicht werfen dürfen. Ah, fantastische Saison. Der war es nicht als Reaktion. Ich bin wieder zu zweit. Du bist immer sehr hilfreich im Kampf. Du bist immer. Das war ein Bug. Der hätte nicht als Reaktion random während dem Angriff die Bomben werfen. Das Spiel ist schuld. Ja, ja, ist es tatsächlich. Das ist keine Sache, die passieren darf. Ja. Ja, dann versuche ich noch ein bisschen. Oder wollen wir gleich neu laden? Lad einfach direkt neu. Meinst du, wir werden den Kampf heute noch schaffen, oder? Du ihn unbedingt direkt als erstes machen willst. Wahrscheinlich nicht, aber gucken wir mal. Ja. Ich meine, da hätten wir die erste... Soll ich diesmal versuchen mit ihm zu reden? Hm. Ne, ist schon zu spät. Ich hab den falschen Spielstand geladen. Und dann? Wir kämpfen jetzt. Dann Unsichtbarkeit und... Sneak-Attack und let's go. Vielleicht lassen wir ihn diesmal erstmal runterlaufen. Dann wäre ein Ding. Und stellen uns oben hin. Das war sowieso mein Plan. Und du greifst dann schon an. Dann sag sowas, direkt. Hab ich gerade gesagt. Ich hab gesagt, ich platzi mich grad mal. Jetzt hast du gerade gesagt, jetzt machen wir das auch so. Ja, bevor wir den letzten Kampf begonnen haben, hab ich gesagt. Warte kurz, ich platzi mich dann abneu. Du hättest doch einfach sagen können. Du hättest doch einfach sagen können. Warte mal, ich möchte bitte, dass er nach unten läuft. Ja gut, so viel dazu. Sechzehn, so. So, jetzt hat er uns gehen lassen. Jetzt platzieren wir uns erstmal. Oh, das war schon besser. Hey. Astharon hat mit dir zu reden. Vielleicht redest du erstmal mit Astharon. Er hat irgendwas... ...der Sorgen und Nöte. Und da ist er unten. Platzier dich mal irgendwo oben. Kann ich nicht, ich muss ihn direkt mit Sneak Attack angreifen. Am Astharon kann sich oben platzieren. Dann kann doch von oben feiern bei uns was wie oben. Hast du jetzt Katastran angegriffen? Offensichtlich. Gut. Okay. Willst du neu laden? Du kriegst die Möglichkeit nochmal mit ihm zu reden. Okay. Dann machen wir es so. Vielleicht... Ich mein, ich hab einen hohen Weisheitswert. Wahrscheinlich schaffe ich das sogar. Ich mach mir nur Sorgen um die Charisma. Sag mal, ich bin schlecht in Charisma. Und was ist im Spiel? Alt und F4 war es, oder? Nee. So, jetzt kannst du nochmal. Ich muss erstmal wieder irgendwie runterkommen. Und wieder runter springen hier. Bevor du wieder reinlatscht. So, let's go. Ich warte hier. Ich bin offen, dass er mich nicht schon entdeckt und... Ich habe eine sehr nahe Gefühle, von mir zu sehen. Aber du bist... Woher ist er? Was machst du? Der Däver hat uns gesagt, dass wir das Ding töten. Also, lasst uns zu reden und es töten. Außerdem... Entweder habe ich den Kontrakt. Also, er ist derjenige, der schlugt und der schlugt. Können wir ihn jetzt töten? Ich habe ihn jetzt. Parchment kann... Raphael. Zeit, um zu sterben. Ja. Ich habe mich verlassen. So, wollen wir nochmal versuchen zu besiegen? Was hat das da denn eigentlich? Ach, der riecht sich nur darüber auf, dass wir ihn nicht direkt angegriffen haben. Na dann, ich platziere mich mal oben. Gut, du platzierst dich mal oben. Ich platziere mich mal hier. Und ich platziere ihn ebenfalls oben. Leute, deine Armee geht auch mit runter. Ist ja super dumm. Wenn du das da einen umplatziere, kannst du vielleicht einen Feuerball drauf werfen. Von oben. Die sind immun. Ich wechsle Feuerball gegen Lightning Strike. Ja, ich haue Lightning Strike rein. Dafür muss ich aber ihn runter. Da habe ich mich vielleicht hier schon mal auf das... Wo ist die Schattenbestie? Es ist eine Täuschungsbestie und die ist da hinten irgendwo. Ja, Schattenstäuschung. Also im Eck. Da einmal... Obst du es hier drüben? So. Let's go. Ich bin eigentlich unten besser, aber ich glaube ich zumindest die Chance. Bist du bereit? Bereit? Nö, aber auf geht's. So, Vorteil bin ich nicht mehr. Bist du schon im Kampf? Hier nochmal rein. Ich nehme mich noch nicht. Ja, ich bin schon im Kampf. Ich bin eben noch nicht drin. Oh, dann greif an. Oh. Er auch nicht. Mein Karte ist noch nicht drin. Okay. Mein Karte nimmt noch nicht teil. Okay. Aus welchem Grund auch immer. Ähm. Ich kann hier schon mal mit. Kala. Ist schon dabei. Wie kann ich meinen Karte jetzt mit dazu bringen? Der Demo angreifst. Kann ich nicht. Mein Karte ist einfach nicht mehr mit dabei. Der ist ausgepackt. Kann ich auswählen. Der kämpft heute nicht mit. Ah, doch. Der ist in der Kampfreihen Folge drin. So. Ah, hier geht's. Ja. So. Ich muss jetzt gucken, dass Vistarion nicht entdeckt wird. Wäre sonst suboptimal. Und dann gucke ich, dass ich ihn noch gehasstet kriege. Ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Ja, schade. Wenn die jetzt hier hochkommen, kann ich die hier einzeln ausschalten. Naja. Ich glaube hier noch ein bisschen rein. Gar nicht so schlecht. Ich werde jetzt so einen Zorn auf mich lenken. Form auf Ranks! Don't let anything get past you! So. Starion ist dran. Immerhin. Dann krieg ich den Hastelecht auch noch hin. Aber das ist jetzt suboptimal. Das werden nicht viele treffen. Dann Hastelecht mal eben. Der Mönch. Boom. Und. Ich hoffe, dass er nicht direkt stirbt. So. Dann reg' ich mich mal hier hin. Schmerz und Tentakel. Geh hin. Sehr schön, jetzt müssen die erstmal hochschleichen. Äh, du weißt, dass die Meisterpolkaile Nahkämpfer sind, oder? Ja, ist doch wurscht. Wenn du das sagst. If you say so. Die stehen jetzt gut. Und er ist blind. Das waren die Bomben. Das ist das. Dann sag ich mal, wenn ich lauf. Sind wir wieder verloren? Nehm. Wenn die Bomben jetzt da sind, oder so. Oh nein. Diesmal nicht. Diesmal kann ich es nämlich nutzen. Denn ich bin immer noch Mönch. Nicht schlecht. Ja, außerdem bin ich gerade außerhalb von der Reichweite. Und er hat keine Bomben selber mehr. Ja. Hier kommt die Bestie. In einer Runde hoch. Das Daumen steht in der Explosionsreichweite der Bomben. Mach dich mal mit ihm da weg. Ja, das sollte er mal ganz, ganz schnell weg. Äh, ist Plague. Nein, ist nicht. Okay, gut. Plague ist sinnvoll. Sinnvoll. Täuschungsbestien. 35. Wums. Ach, und das macht mich dumm. So. Die meisten werden jetzt erstmal angespendet kommen. Dann können wir die große Gefahr, nämlich die Täuschungsbestien loswerden. Und dann wird das schon. Ich komme auch hier ein paar hochgerannt. Dann kann ich die hier aufschalten. Ich komme mich gerade um den einen hier. Den habe ich gleich. Wenn du das entfernen, ist echt so eine geile Sache. Äh, ja. Die sind nur immun gegen Feuerschaden. Ja, dann ist das nicht super. Nicht so geil. Ja, natürlich nicht. Aber ich habe es als Reaktion übrig und ich benutze sonst wahrscheinlich sowieso nichts. Au. Ja, die haben auch Bomben. Die sind ein bisschen mies. Oh, die stehen sehr schön. Gerade. Na, dann machst du alle. Ja, das wird ein richtig, richtig schöner, äh, 4th Level Blitz. Auf geht's. Können die Bomben jetzt mal hochgehen? Ey, was ist? Ich bin tot. Danke dafür. Der Kampf ist schwer. Ja. Beim nächsten Mal sollten wir versuchen, ihn direkt anzugreifen. Da kann ich nämlich direkt mit meinem, äh, Lightning Bolt reinhauen, wenn sie oben stehen. Und du im Gespräch bist. Beim nächsten Mal ist gut. Wir müssen den Kampf irgendwie schaffen. Das ist, das ist ein Requirement. Den können wir nicht einfach skippen. Seh ich schon, wird heute so ein Part. So ein Stream. Okay, jetzt schlanker Pflicht als Mist. Okay, schaffen wir es ja doch noch irgendwann hin zu bereden. Was immer und immer wieder versuchen. Äh, irgendwann muss es klappen. Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ach, ja. Da kann ich dir mal was davon erzählen. Und das war's. Da kann ich dir mal was erzählen von meinem Dark Earth Schwank. Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und da habe ich jetzt auch hundertmal... ...mögelan, also ist da... ...puh, ähm... ...nein. Noch stehe ich. Äh, ja noch. Das ist ihr auch immer so schnell sterben zu können. Und du wirst noch mal reden. Äh, ja. Ich halte ihn ein bisschen im Gespräch. Ich würde dann einfach nach oben gehen und... Ja, du wirst jetzt damit reden. Du musst ihn nachher. Aber ich bin äußerst ineffektiv beim Reden. Ich scheinbar auch. Ich kann's doch nicht probieren, aber... Ich schaffe halt wahrscheinlich nicht mal das Ding, was er nicht angreift. Nee, den schaffe ich auch nicht. Und ich kann mich taktisch platzieren, dass ich ihn mit nem... Diesmal scheiße ich auf die Sneak Attack und hau einfach nen Lightning Bolt direkt rein, weil das macht richtig ordentlich Schaden an allen, die da stehen. Also du wirst mal schauen können wir vielleicht dazu... Wenigstens dazu zufrieden sein, Lackheim umzubringen. Dann ist der Kampf schon auf einmal viel leichter. Also du hast, du musst einmal... Du musst einmal darauf wüffeln... Du musst einmal darauf wüffeln, dass du den Lackheim umbringst. Der zweite Wurf ist darauf, dass du... Ich habe einen Minus 1 auf Charisma. Der zweite ist darauf, dass du den... Die Schattenbestie... Die, die, die... Die Täuschungsbestie um... Und das dritte ist, dass du... Dass der sich selbst umbringt. Ich kann gerne reden, mache ich aber nicht, weil das ist... Super dumm, die nicht sozialen Charisma... Ich rede mit dem. Ich rede mit dem. Komm du nur her. Ich rede mit dem. Ich kann es fühlen. Ja, diesmal bereite ich was mit dem Magier vor. Ein breiter. Oh. Ja, wie gesagt, Fireball kann raus. Lightningball kann rein. Fourth Level sollst du ordentlich Schaden machen. Also boom. Sag ich mal. Ich speichere hier nochmal. Oh, noch nicht. Oh, noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der war dein Tod. Die richtige Ausfallmöglichkeit, oder nicht. Potenzial. Ah, ich mach das schon mal weiter. Checken wir den Vertrag. Ach, verdammt. Okay, gut, ist wieder nichts. Dann sag Bescheid und ich greife an. Gut, dann greife ich an. In 3, 2, 1, ich greife an. Okay, ich war nicht vorbereitet. Ich stehe jetzt unten, das ist fantastisch. Nicht im Nachteil. Okay. Nicht im Nachteil, weil ich gerade alle wahrscheinlich auf mich ziehen werde. Gut, dass wir uns so gut ansprechen können. Ah, und ich kann Flops an dieser Stelle stellen. Außerdem musste man reagieren, dass oben die meisten von seinen Leuten schon tot sind. Also, halbtot. Gut, dann kann ich mich hier unten um das... ...um das Scheißteil hier kommen an. Die Täuschungsbestie. Ja, du gehst auf die Täuschungsbestie, ich übernehme die Massen. Und den Dicken. Oder auch nicht. So, dann haben sie jetzt erstmal noch eine Runde. Drei. Ja, dann mach mal Sneak Attack. Äh, Sneak Attack ist nicht, aber ich kann hier noch einen mal reinbeißen. Dann bist du nämlich schon benutzt. So, dann gehe ich mal hier rüber. Warte, Misty Step vielleicht. Nebeschutz. Ah, Nöchen. Jetzt wirst du... nein, Kresset wirst du nicht. Schade. Ah, doch, verstricken kann ich ihn. Bei... Ja, Nö. Was Randiv nicht bringt. Ah, kann nicht weg. Doch, kann er. Das ist ein Rettungswurf, und das Ding ist ziemlich gut in Rettungswürfen. Über da. Ah, das habe ich gerade nicht, was da ist. Hier, aufhören mit dem Schwer. Habe ich es mir nur schwer... Habe ich es mir nur sehr, dass er schwer hat. Ja. Man kann hier dros lernen. Das war nicht schlecht. Ist er sofort explodiert. Ja, warum macht er sich... Der kann sich umsichtbar machen. Natürlich kann er sich umsichtbar machen. Die werden jetzt wieder aufhören. Aber das habe ich noch nie geschafft. Und ihr seid wieder tot, oben. Dann bin ich gleich auch noch an der Kette. Ich würde das aber keinen Healer im Team haben. Doch, einfach mich, aber... Ich bin da. Ich kann jetzt nicht so hoch. Ich habe Hand auflegen. Das ist dann... Ja. Hm. Okay, Kampf wieder verloren. Ja. Es ist ein scheiß schwerer Kampf. Muss man halt dazu sagen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich in den Flieg Attack reingehe. Als Erste, aber das Placement war schon mal gar nicht schlecht. Ach, wir sind ja erst zwei Stunden dabei. Ja, du, ich habe gesagt, dass der Schad Tempel... Das ist, was wir... In einem Stream machen werden. Wenn wir so weitermachen, machen wir mal diesen Kampf heute in einem Stream. Ich habe dafür super lang gebraucht, also ja. Und ich war eigentlich relativ kampfoptimiert. Das ist das erste Mal, dass der mehr solche Probleme macht, dieser Kampf. Ja, du hast auch immer einen charismatischen Charakter mit viel Weisheit gespielt bisher. Vor allem, dass die Sache mit dem... Wenn nicht nur Zeug mit dem Eben ist, sondern so ein Problem ist. Du hast... No Wisdom. Das heißt, du bist ziemlich im Arsch, was... Was für die Motive erinnert. Was do you know... Only... There's... Raphael. Leitens... That perfume tritt der Schwimmer. Das ist kein Raphael. Du hast mich verraten. Wo ist er? Wir schlafen einen Schäfer, egal was wir tun. Pick deinen Schein. Aber du kannst es nicht helfen. Es ist nicht nur... Ich spreche gerade mal in der Stelle. Wir müssen immer neu reinlaufen. Schmerk oder die Kreaturen, die es schüttet. Entweder ich erfülle das Kontrakt. Die ich... Wander... Leid! Wow, das... Ich... Ich habe auch nicht gedacht, dass das was wird. Ich bin mir überrascht, dass dieser Typ alle diese dunklen Justizier... Gut, da steht Elfer. Das ist hier. Warte noch. Warte. Ich mache die Lichtquellen aus. Das habe ich von meinem letzten Mal vergessen. Das ist wichtig von meinem Charakter. Das ist wichtig von meinem Charakter. Überzeugungswurf. So, jetzt... Können wir uns positionieren. Soll ich vielleicht unten bleiben und du mich um Tursionspest zu können oder... Brauchst du mich oben? Danke, dass du mich gewarnt hast. Ja, cool. Jetzt kannst du neu starten. Ach... Ne, Quatsch. Moment. Weil jetzt bewegen sich die Idioten und dann... Ja, cool. Jetzt das ganze Set aber am Arsch. Danke. Äh, was? Du sagst gerade, wir sollten uns absprechen. Und du machst jetzt einfach irgendwas... Beendest den Dialog, ohne dass du vorher Bescheid sagst. Jetzt rennen alle wieder irgendwo hin. Jetzt ist das ganze Setup und Positionierung komplett im Arsch. Wir hätten uns auch sparen können. Das macht so viel Spaß heute. Ja, offensichtlich. Also bitte sag, bevor du den Dialog beendest. Dann gehe ich nämlich vorher mit einem Angriff rein, damit wir erstmal die Überraschungsrunde haben. Müsst du dich sofort angreifen. Die gute Position. Nein. Ich brauche ein bisschen Zeit, um die Leute zu positionieren. Für die entsprechenden Zauber. Weil ich werde mit einem Lightning Bolt für die kleinen Gegner reingehen. Ich kann ihn noch ein bisschen länger im Gespräch halten. Du kannst das einfach nicht auswählen. Du kannst das einfach nicht auswählen. So, dann mach dein Ding. Mach jetzt dein Ding. Mach jetzt dein Ding. Mach jetzt dein Ding. Wenn ich dieses Platz jetzt, werde ich Raphaels Schlag werden. Oh, Motiv erkennen geschafft. Gut, dann mach wir weiter. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Aber es hat nichts geändert. Ja, das ist doch schrecklich. Ich bin überzeugt. Wir müssen etwas übersehen haben. Lass mir die. Die Ferse ist ein Trick. Ah, genau das hier. Ich speichere hier mal kurz. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Wäre lustig. Wenn wir das schon mal schaffen, dann ist der Kampf auf jeden Fall schon mal viel einfacher. Gut, dann ist das Head-Up auch im Atem. Vielleicht schaffen wir was cooles. So. Okay, die sind tot. Die Amerikon sind tot. Die Amerikon sind tot. Sieht, dass deine Theorie falsch ist. Und die Täuschungsbestien. Vielleicht kriege ich die jetzt auch noch tot. Und im besten Fall kriege ich ihn auch noch tot. Hey, ich gucke mir gerade die Sequenz an. Ja, die Täuschungsbestien ist weg. Oh, Mann. Und jetzt er. Stopp. Warte, ich will die Sequenz sehen. Wir speichern. Ich habe immer gleich mit Eingriff reingegangen. Ich skippe da durch. Nein. Ah, vielleicht doch. Ja, 20. So ein Scheiß. Nein, aber du hast Inspiration. Nein, er ist tot. So, das können wir uns jetzt angucken. Und so viel dazu. Ja. Da haben wir den Kampf geschafft. Du kannst die mal looten. Ich habe die Google mitgenommen. Oh, die haben nette helle Barton. Ja, die kannst du schön verkaufen. Mit einiges wert. Ich weiß nicht, ich nehme die mal mit. Ich weiß nicht, ich nehme die mal mit. Und jetzt noch weiter. Oh, Schneeschlauen nicht. Oh, doch noch nicht. Äh ja, hinten. Doch, hinten geht es weiter. Äh, da ist die Frage, wer von uns will an der Spinde lecken? Spinde. Das mache ich vorher. sequenz nicht kennst ich dann will man mal sehen wo hier hinten hinten im eck da liegt irgendwo fleisch woran du lecken kannst und dann das ist ja das spinnenfleisch jetzt lustig spinnenfleisch ich lecke ich zuerst am ground daran riechen daran lecken nachforschung was untersuchen the meat tastes of rot and sour milk your stomach lurches but your loins tingle was that arousal do i smell beef and amongst the rot is an unmistakable sweetness succubus spittle the meters charmed aha du willst auch mal necken natürlich bin ich das jetzt irgendein donus oder rot and sour milk your stomach lurches but your rotten meat that's what gets you going well to each their own and amongst the rot is an unmistakable ich lecke noch mal ich lecke noch mal warum auch noch mal wer etwas tun kann mache es so oft wie oft wie möglich das ist das ist vergiftet sehr schön ja ich kann mal nachforschen du darfst auch gerne noch mal dran denken Nee, kann ich nicht, weil du jetzt die ganze Zeit beschäftigt bist. Dann mach jetzt. Dann hab ich auch vergiftet, dass das mal nie war. Ich kann Nachforschungen machen. Du kriegst aber einen lustigen Dialog. Hab ich ja bei dir gerade schon gesehen. Ja, von Astario, aber nicht von Karla. Hier hätte ich mich auch gern was. Und das Unnatürliche ist da. Aha. Ich würde die Bissspuren genauer untersuchen, um zu sehen, woher sie dann kommen. Dann hab ich halt Vergiftung. Ich bin schon wieder vergiftet. Jetzt. Jetzt bin ich für meine Sachen fertig. Die Bissspuren, ich kenne jetzt die Bissspuren genauer untersuchen, um zu sehen, ob du was da ausfüllen kannst, woher sie stammen. Oder keine Kunden. Oder beides nacheinander. Ja, so viel dazu. Die Bissspuren, aber nicht mit dem Blut. Sie wurde mit einer Potion. Aha. Eine Trampe. Ich lebe mal. Sulfur, Decay. Und eine thinne Höhe von etwas, was unerwartetlich fragerend ist. Dann sehen wir, wann man draufkommt. Bissspuren untersuchen. Die Raufenkratzer. Eine Raufenkratzer. Eine Raufenkratzer. Eine Raufenkratzer. Eine Raufenkratzer. Eine Art Feline. Die Raufenkratzer. Das hat er geil gemacht. Aha. Was irgendwie weird ist. Aber was da bewacht. Wenn man darüber nachdenkt, wie lange er hier alleine war. Aber hey. Jeder ist wirklich perfekt. Stiefel der Pracht. Badische Inspiration wie die Herstellen. Aha. Nützlich. Für den Baden, ja. Haben wir bloß keinen. Jo. Also ich habe immer noch die elektrischen Stiefel da an, die so die Wasserfunken haben. Soll ich sie noch anhalten oder? Mach es. Ich mach dein Bild so wie du möchtest. Letztens haben die mir mal einen Nachteil gebracht. Weil ich da... Von der Studie lang. Ein hängender Leichnam. Wir sind uns einig, dass wir sobald wir in Akt 3, wenn wir damit anfangen, da gibt es die Sachen mit den gefehlenden Kräften, dass wir die mal annehmen. Da gibt es nämlich die Möglichkeit... Nehmen wir jetzt schon an, aber da gibt es diese Möglichkeit, dass man Fliegen kriegt und dass man dann durch die Luft schweben kann und dass es spätestens... Du weißt, dass es Fliegen auch als Zauber gibt, oder? Ja, aber dieses Schmetterlingsfliegen von dem Ding, das können wir dann andere machen. Und dann können wir spätestens in Akt 3, wenn wir dann in der Unterstadt sind, ist das immens genial. Wenn wir dann ja früher über die Dächter der Stadt fliegen können. Das macht so... Ja, du kannst doch einfach einen Fliegenzauber lernen. Nein, kann ich nicht. Doch. Ich bin kein Magier. Ja, aber du hast einen Magier im Team. Ja, ich will das selber können. So, wo wollen wir jetzt hin? Äh, ich geh nach unten. Hier gibt es die Prüfung in der Schale, können wir jetzt schon mal. Ja, aber ich geh grad nach unten. Hier gibt es auch noch einen versteckten Raum. Wollen wir das vielleicht... Ähm... Okay, ich bin schon mal anders. Interessant. Man muss das mal so aufteilen, dass du vielleicht die unteren Prüfungen machst, nicht die oberen. Ich mach hier keine Prüfung. Ich geh grad in den versteckten Raum hinten. Okay, interessant. Ich bin bei den Prüfungen. Ja, das ist schön für dich. Du kannst mir berichten, was du da findest. Ich weiß, was ich da finde. Und deshalb wollte ich da rein. Ich war da bloß noch nie, aber... Egal. Ich weiß, dass du hier noch nicht warst, weil du hier... Weil du nie irgendwelche Sachen erkundest in Spielen. Soll ich hier schon mal die Prüfungen machen, oder... Stehst du darauf, die... Die Prüfungen schaffst du wahrscheinlich alleine nicht. Du schaffst alleine. Ich hab den Spiegel des Verlustes hier. Da könntest du theoretisch... Deine Werte steigern, was ich gerne machen würde. Ich weiß von nicht, wie der funktioniert. Dann noch das. Der Ball hat einen älteren, rostkulernen Blutstain. Es formt einen schönen Disk. Ja, ich google mal, dass es wieder funktioniert. Ich mach da mal die erste Prüfung. Die ist nämlich ziemlich nervig. Aber... Es wird schon... Ich speichere hier mal. Oh, schade, das ist der falsche Spiegel. Ah. Nein, du bleibst hier gerade noch. Na gut, hab ich später zumindest einen Vorteil. Oh, hey. Better be cautious. Wenn wir mal hin, dann haben wir für später einen Vorteil. Oh. 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 Das ist sehr hilfreich. Das ist lustig. Sehr gut. Sehr gut. Nein, bitte nicht. Ach Mist. Ich hab den Weg bereitet. Sehr schön. Keine Ahnung, was du hier bist. Ich hab gerade die sanfte Schrittprüfung. Ich hab gerade die sanfte Schrittprüfung. Es ist einfach eine Stave... ...prüfung. Ach so, die... Dadurch, dass ich die Feinde entschärft habe, ist doch schon mal... ... viel leichter gewohnt. Es ist generell nicht so schwer. Du musst halt versteckt bleiben, das ist das Schwere daran. Und... Ich hab gedacht. Ich bin hier als Schattenbein, ich könnte dir gut sein zu machen. Dann kommst du da rein, das ist gut durch, aber... Ja, das ist nicht so noch nicht schwer, wie gesagt. Ich bin halt Paladin-Folorist und das ist halt... Verstecken ist halt schon ein bisschen scheiße. Ja, du willst ja unbedingt alles direkt sofort machen. Weil es geht. Weil ich es kann. Ich hab ein kleines Problem. Was für eins. Astarion kommt runter, aber er kann nicht mehr hochspringen. Wir haben ihn irgendwo auf dem Weg verloren. Verstecken erfolgreich. Yay. Nice. Ich hab die erste Prüfung geschafft. Ja, und ich muss jetzt... Astarion kommt schon nach. Ey, jetzt bräuchte... Hast du noch ein... Diebes-Werkzeug im Inventar? Aktuell ja. Könnte ich gebrauchen jetzt, um die Prüfung zu schaffen. Ich geh aber krass runter, er kommt. Kannst du mir das mal rüberschicken? Ich... Ich... Ich brauch das ganz dringend hier. Du bist... Du bist äußerst beschissen in... Ich kann sonst die Prüfung nicht schaffen. Also entweder du gibst mir jetzt ein... Das Diebes-Werkzeug oder... Ich kann das hier nicht beenden. Ich werde jetzt erstmal hier looten und dann komme ich zu dir rüber. Aber... Kannst du mir ein einziges Diebes-Werkzeug rüberschicken? Ich habe nur eins. Gut, also mach ich die Prüfung nichts anderes. Danke dafür. Danke für deine Hilfe. Ich hab gesagt, du erkundest ja nie irgendwas. Du machst ja immer direkt alles... Fertig. Das war... Ja. Ist jetzt nicht mein Problem. Ich loote hier, erkunde hier gerade kurz ein bisschen an den Ort durch. Ein dummer, die alten Diebes-Werkzeug. Auch Heavy-Armor-Spieler war? Schön, die sind so großartig hier. Ah, hier sind wir. Okay. Ich habe einen Hebel gefunden. Okay, das dachte ich mir. Wuchtverrundbarkeit. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Ah, es ist praktisch, dass ich dich verrundbarkeit habe. Stichschaden. Ich komme hier nicht durch. Ich bin gerade irgendwo hingefahren. Ich bin gerade irgendwo hingefahren. Sorry, Herr. Vorhin bin ich nur die Gleitendresistenz. Ja, wenn ich jetzt eine Axt oder so hätte. Hiebschaden. Hiebschaden. Ich mache das schwer. Also Hieb könnte klappen. Ich komme nicht durch die Tür. Ja, weil ich da drin bin. Ich komme nicht durch die Tür. Ja, weil ich da drin bin. Ja, ne, ich brauche halt nur eine 20er Probe. Dann komme ich auch rein. Dann verbrauche ich dein Liebeswehrzeug. Ja, das brauchst du da hinten. Viel Spaß beim Durchschleichen. Ja, dann... Wieso durchschleichen? Ich schicke einfach kurz die Gaswolke durch. Dann mach das. Ich warte hier hinten auf dich. Wo musst du hin? Ach, da hinten. Ist hier überhaupt irgendeine Gefahr in dem Ding? Ja, durch die Gefahr. Aber die habe ich zum Glück schon schärft. Nein, ich meine durch die Schatten. Ja doch, wenn sie dich sehen, dann bringen sie dich wieder zurück. Einmal aufschließen hier bitte. Die Tür. Oder du kommst durch. Dann nimm dir die Kugel. Dann steck dir mal die Kugel ein. Oder gibst du mir raus. Noch einmal. Dankeschön. Du machst das immer so kompliziert. Manche haben keine Rauchwölkreis-Attacke. Ja du, äh, der Magier musste irgendwie über dieses... über diese Schlucht kommen und fliegen hat er ja grad nicht zur Verfügung. Okay, ich habe eine Fall ausgelöst. Was hat passiert? Das Problem ist, ich muss da lang. Was hat ich mit einem Schaden gekriegt. was ist das eine Idee? Oh mein, das ist auch neu. Das war voll entschärft. Ja, ich bin sehr sicher, dass man nicht mit der gasförmigen Gestalt durch ein Gitter und durch eine Tür durchfliegen können sollte, aber passiert ist. Ich habe keine Ahnung warum, du hast deine Begleitung wieder vergessen. Die kommt schon nach. Ja, jetzt kommt sie nach. Sieht sehr einfach. Was haben wir hier? Die selbe Prüfung, da sollte ich allein reingehen oder du kannst zu gern allein reingehen. Man sollte auf jeden Fall allein reingehen. Du meinst, weil es die ist, wo die ganze die gruppe gegeneinander kämpfen ja ich mache mal ansonsten musste ich möchte mal kurz was probieren muss halt die opfer schaden ja nie musst du nicht im lind ist verständlich ist diese verspenden wenn es erfolgreich ist und ich habe super viel fingerfertigkeit ich weiß jetzt nämlich nicht ob die prüfung auslöst das weiß ich auch nicht vielleicht hast du jetzt damit kaputt gemacht ich würde das jetzt nicht gerne ausgespeichert allein ich gehe gerade alleine rein keine sorge irgendwo droht sonst jetzt man kommt tatsächlich rein ohne probleme und hast schon gegner keine gegner hier das ist schlecht aber ich glaube auch der stein ist nicht da ja deswegen dann starte jetzt einfach du mal die prüfung werde ich drin das jetzt gegner bei dir dann bleib ich mal hier draußen kämpf gegen einen tiefling ich kämpfe gegen die ganze gruppe ok also kommt ihr gefälligst auch mit rein wenn du meinst wenn du meinst seid ihr denn ich bin in venom drachenwütiger ich bin in venom drachenwütiger ich bin auch so nichts ich bin zu verrat ich bin im venom dracon ich bin in venom drachenwütiger oder Ich weiß nicht, welchen... Okay, Kader, was ist gleich Geschichte. Ich würde empfehlen, erst mal den Magier auszuschalten. Weg Drachen, Blut ist dran. Jetzt bin ich gern drüber kümmern. Ich würde mal den Paladin ausschalten. Und unser Magier ist tot. Gut, dass ich vorhin nicht gespeichert habe. Warum hat der Astarion nur 18 Leben? Ich meine, ja, Magier sind schwach, aber Magier sind nicht so schwach. Tja. Absurd, der Mönch hat mich... Der Mönch hilft mich übrigens jetzt gerade. Lass dich nicht killen. Okay, Fake-Kader hat's gerade. Das ist schlecht. Was macht Kader gerade? Kann ich mal jetzt auch. Kann auch mal gerade ein bisschen unkontrolliert. So, warte. Einmal hier. Und einmal hier. Oh nein, ich habe noch zwei. Wer hätte sowas von Magic Missiles kaputt gemacht. Das sage ich euch jetzt schon. Äh, was ist mit dem Kader passiert? Mit dem Fake-Kader kam, weil der siegt. Ja, der Flump ist hochgegangen. Ach, okay. Ich werde gerade von Paladin angegriffen. Das ist relativ tragisch. Ähm. Ah, da ist er. Können wir das vielleicht irgendwie schaffen? Weil... Ich hab's persönlich gespeichert. Äh, ich bin betäubt und... Du wirst jetzt von einem Mönch gekillt. Der hat noch ein paar Angriffe, der Kollege. Oder auch nicht. Theoretisch müsste er welcher haben. Nee, der hat jetzt gar keine Angriffe mehr. Weil er tot ist. Interessant, dass ihr das so zweit schafft. Das ist immer so leicht. Gut. Die Drachenblütchen müssen wir noch ausschalten. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin... Ich bin tot und tot. Wir haben noch einen Gegner, oder? Sehe ich das richtig? Nee, zwei ja. Ja, er hat noch zwei. Und einer davon ist ein Magier und das ist relativ minus. Und der andere ist ein Paladin. Der ist offensichtlich... Magier sind schlimmer. Ich finde es aber interessant, dass er die Default-Sachen hat. Das heißt, er macht Rogue-Angriffe ohne Rogue zu sein. Was ihn äußerst schwach macht. Also, den kannst du relativ easy machen. Werden wir sehen. Okay, er ist weg. Ja. So, ich komme mal zu dir. Ob du das jetzt doch schaffst. Ich schaffe das. Noch einen Trank trinken. Lass ihn mir nur nochmal angreifen. Jetzt haben wir schon Rückschlag. Fast zum Fick. Ja, das kannst du auch die ganze Zeit benutzen. Gut, wieder Fernkampf. So, das war's dann. Ich weiß nicht, ob du das geschafft hast. Tja. Und wo ist jetzt die Kugel? Die müsste irgendwo bei den Händen sein. Und du musst jetzt in der Kugel getroppt sein. Ja, irgendwo müsste hier eine sein. Ist hier nicht von einem Gegner getroppt worden oder sowas? Ja, suche sie mal. Ja, direkt vor dir hier. Ah, hier. Oder? Hab's so. Ja. Das darfst du nicht hier noch rum. Ja, ja, der kommt wieder. Wollen wir mal eine lange Rast machen oder so? Können wir hier nicht. Dann gehen wir kurz raus. Jetzt können wir's. Oh, können wir nicht. Schade. Ja, der ganze Tempel ist ein feinliches Gebiet. Das ist ein bisschen problematisch. Deshalb würde ich ja die ganzen High-Level-Spielstons eigentlich nicht rausballern. Gut, eine Prüfung haben wir hier noch und da haben wir die Bibliothek. Oh. Oh, ich hab das. Oh, Rafa, ja. Warum kann ich das auswählen und du bist anwesend? Ich habe keine Ahnung. Wenn du aus Starion spielst. Auch für meine Gäste. Ach, ich kann nur ein Ding. Ich würde ein wenig weniger Enthusiasme, wenn es zu Casador und seinen Horrors kommt. Oh, komm Starion. Warum skippst du das, Moni? Ich kenne die ganze Scheiße schon. Du auch, oder? Ja, aber... Da muss ich trotzdem angucken. Er singt grad nicht seinen Disney-Song, also müssen wir ihn uns nicht geben. Disney-Song. Sehr elaborat, unglaublich älter, älter und älter. Er wird eine neue Art von 666 HP sein. Er ist so ein bisschen... Ja, und wenn wir Level 12 sind, dann holen wir ihn von zwei Runden weg. Er wird sich umgekehrt und umgekehrt. Er wird sich umgekehrt, aber der Ritual hat sich umgekehrt. Ich habe... Ich habe... ... kontempliert... Was denkst du, ich sollte machen? Ich muss die Casador aufhalten, wer weiß, was beschränkt. Es gibt einen Weg zu einem lebendigen Vampir zu Garnismus. Das möchte doch viel bedeuten. Hm... Die Idee hat definitiv Appell. Und ich brauche dich, um mir zu helfen. Ich... Ja, letztendlich. Wäre lustig, wenn du jetzt eine Roman-Szene mit ihm kriegst. Ja. Danke. Schade. Ah, 42. Ach, meine Fresse. 26. Ich habe was Besseres vor. So. Ich habe ein Lagerpaket genommen. So. Und weiter geht's. Die eine Prüfung, die ich mache, ist relativ leicht. Da musst du nur... Ich glaube, das ist immer noch... Das ist ein Bug, den die immer noch nicht gefixt haben. Die Schatten... Ich glaube Schattenschrittprüfung heißt die. Wo du einfach... Wo du im Dunkeln lang laufen musst. Aber man sieht's einfach. Das ist einfach... Das ist einfach zu leicht. Hier, die Schattenschrittprüfung. Soll ich dir eben machen. Kann auch ich... Warte, ich hab grad Blut reingegossen. Lass mich mal machen. Du siehst halt, wo du lange musst. Weil da unten... Das ist relativ leicht sichtbar, wenn du die hier... Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich den Bildschirm zu hell eingestellt. Vielleicht muss man das Spiel ein bisschen... Vielleicht muss man seinen Bildschirm ein bisschen dunkler einstellen oder so. Aber... Ich seh hier einfach die Platten. Man sieht hier... Was ist grad mit mir passiert? Hast du grad irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Aber ich mach das wie die Gruppe benannt. Die Shadowstepper einfach kurz. Was... Was... Hast du... Du hast es grad für mich versaut, oder? Ne. Du hast grad einfach nur Dinge getan. Aber ich... Nehm jetzt kurz das Ding. Und Shadowstepper auch wieder zurück. Was zum Fick. Was glaubst du denn? Ich kann einfach hier hin? Und... Ich weiß. Wir sind in Airbus gegangen, weil wir vergessen haben den... Ähm... Dingens... Wir haben vergessen das... Den G-Punkt auszumachen. Wir sind uns davon nachgedacht. So, wollen wir nochmal einen Starer-Zug und die wiederholen? Ich den einen, du die andere? Ich hab genug Geld. Ja. Let's go. Hast du den Stein jetzt mitgenommen, oder? Das wäre relativ wichtig. Ja klar. Wie gesagt, ich kann ja einfach durch Shadowsteppen. Das ist nicht schwierig. Ich hol dir mal Karlauch zurück. Ja, ich hol dir mal Karlauch zurück. Ja, ich hol dir mal Karlauch zurück. Ne, ne, warte. Ich hol... Ich hol das da und zurück und du holst Karlauch zurück. Wenn wir rausfinden, wo... Ah, da hinten ist... Da hinten ist der Tod. Ach hier. Dann musst du zurück. Das ist der Preis der Balance. Na gut? Bei DOOM und DASK Ich schreibe deinen Namen aus den Archiven. Na komm, wir werden fertig. Okay, du hast das damals zugeholt. Ich hab beide zurückgeholt. Oh, okay. Du hast ja die Option, dass man alle zurückgeholt kann. Na dann, let's go. Wie viele Steinchen haben wir jetzt? Wir brauchen... Ich glaub wir haben alle. Vier brauchen wir insgesamt. Ich hab zwei... Ich hab drei bei mir und du hast einen. Okay. Dann können wir... Dann können wir in der Bibliothek... Wir können die Bibliothek auch gerne auslassen. Ähm... In der Bibliothek gibt's jetzt noch einen Kampf. Und... Und... Und einen... Und einen Schattensperr, den... Den... Den wir aber nur brauchen wollen mit... 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 Schatten, der jetzt da ist. Ansonsten kann man das... Es gibt einen Kampf, also machen wir den Kampf. Hunde meinst. Die sind nicht so natürlich stark. Misch mich mal ein. Wir wissen, dass du den Speer mitnimmst. Können wir später gut verkaufen. Natürlich. Und der wird nur für Schatten herzrelevant, aber... Ja, ich mein... Gut. Der Magier kann gerade eh nur noch die Brettern wecken. Soll so vollkommen loslos. Ach, weiß er. Dann schießt doch einfach. 2 1 Soll das noch gehen? 2 3 4 4 3 4 Und wie ich es immer mache, am Ende ist es eine Runde. Das Tauren wird angegriffen. Auch du, der steht ganz gut. Und er hat auch nicht mehr 18 HP, also. Da finde ich es ein bisschen ulkig, dass die da einfach bei einem Drachenblut einfach dun erscheint. In der Prüfung hätten sie wenigstens irgendwie. Haben sie ja dann später bei der Statue. Ja. Die Prüfungen sind generell ziemlich sinnlos. Ich meine, sollte man das Loch schließen. Ich meine, da kommt jetzt Verstärkung. Äh, ja, ja, ich stelle das drinnen und hau dann. Und dann wird das Loch losfallen. Hat nur 32 HP. Ja, das kriegt man. So viel dazu. Ja, komm. Ja. 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 Ja, das Lustige ist, laut Regeln gilt es für Projektile. Das heißt theoretisch kann ein Mönch im normalen Gehen, die auch einfach in Schuss von einem... Fangen und zurückwerfen. Ah, Mensch, das ist lustig. Das Lauf ist zu. Ja, Stille ist weg, das heißt, jetzt kann er auch endlich mal Dinge tun. Machst du noch was? Ich hab gekaut, das Welt. Und hops. Und hops. Und hops. Ich find's lustig, dass du gerade nicht mal geschlagen hast, sondern er einfach wegen deiner Präsenz gestorben ist. Ich hab ihn geschlagen, ich hab ihn geschlagen. Ich hab zweimal gestrikt. Ja, ja, aber die Animation kam nicht. Bei mir schon. Aber ich find das trotzdem so genial, dass dieses Niederstrecken... Schon auf Stufe 3, das kannst du einfach... Bei manchen Gegner rennst du einfach hin, einmal drauf und fertig, der nächste. Das ist das Kernfeature eines Paladins. Super. Schön, dass du herausgefunden hast, wie man diese Klasse spielt. Irgendwann mit Level 12 kannst du da 3 auf einmal abschlachten damit. Ja, der Paladin basiert auf Smite. Punkt. Das ist was ein Paladin tut. Und ich will nicht ernst. Ich will nicht ihn ernst. Das ist nur um Leben... So ein kleines Flavor-Ding. Das benutzt man doch nie. Dann müsste man ja heilen. Das ist nicht wahr. Na komm schon. Cool. Ich will nicht unter Verbindeten aus. Danke. Ich will nicht mit einem Schuch oder Schuch. Der reine devrait nicht tun. Und ich bin zu Klasse. Ich bin raus, ich bin ein paar Abkarte. Ich bin ein Engel. Ich bin einales Flavor-Ding. Ich bin ein paar Abkarte. Ich bin ein paar Abkarte. Ja, ähm... Wie mache ich den hier? Ach, da steht ja noch einer. So ein Mist. Ähm... So, der ist Geschichte. Dann gehe ich mal zu dir hoch. Ein bisschen. Und gute Nacht. Ich muss hier noch einschießen. Zack. Dann halt nicht. Ich habe dich angegriffen. Ich habe dich angegriffen. Hast du gesehen? Das habe ich gemerkt. Jetzt mache ich an auf Tank. Und... Pass mal auf. Ich habe meine Bücherregale anpassen. Okay, wir brauchen ein bestimmtes Buch. Hier ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich drücke den Knopf. Okay, das könnte es sein. Bin mir nicht sicher. Hä, was? Was? Ich bin tot. Vor die Hand, der dann auf der Schrittprüfung. Hier gibt es Anleitungen für die Prüfung. Wer braucht es? Keine Ahnung, ich hätte vielleicht nicht den Knopf einfach ran und drücken sollen. Ja. Ja. Und der selben Prüfung. Eines dieser Bücher muss man da auch in der Altar legen. Der Opfer der Mondtuch da. Ist doch irgendwas mit dem... Mit Mond. Du hättest meinen liebes Fert segne müssen, um das Gitter aufzumachen. Ja, ja. Ich mache schon keine Sorge. Da hier ist nur ein 21er Prüfung. Ich hätte jetzt die Lehren des Verlustes die Nachtsängerinnen. Jetzt ist auch bei dem Monddoktor. Was kann die Nachtsang vorigen? Was kann die Nachtsang vorigen? Ja du, ich entschärfe mal kurz. Nein, das ist das falsche. Das ist das richtige. Jonas. Da liegt der Speer. Hups. Ich würde den Speer nehmen. Haben wir gerade die selbe Tür geöffnet? Ja. Da ist glaube ich noch eine tolle Rüstung drin. Wie gesagt, wenn du den Speer nicht brauchst, ich würde mir ihn mal angucken. Ich kenne den nicht. Was hast du da in der Kiste gefunden? Ich habe nichts in der Kiste gefunden. Die hast du gelootet. Nee, habe ich nicht. Ich habe es nicht gelootet. Dann war die leer oder was? Dann gehe ich noch mal. Ich habe nicht gelootet. Der Speer, hast du den schon rausgenommen oder was? Nachtspeer. Dunkler Justizialhelm. Auß. Weißt du, okay. Das hab ich nicht gut gemacht. Das haben wir ja aus. Ja, komm zeig einfach mal her. Kannst du gerne haben. Der ist ja ein gewöhnlicher Speer. auch gut der hat eh keine ordentliche waffe der lachsperr ist auch keine besondere waffe wir würden nur später special wenn den schatten herz hat und das nun krieger und wird dann hat sie damit nun nicht irgendwie und irgendwas ja der wird nur besonders für den schatten herz sie trägt dadurch doch hier spezielle sachen also nichts ich ruf mal den fahrstuhl hat den fahrstuhl gerufen hast du am ende mein charakter im inventar nach unten gefahren wird die von den ratten attackiert ja ja das passiert was zum fisch bin infiziert kommst du mit ja natürlich ich bin mal gespannt wer bei dem ich bin mal eben da bin mal gespannt wer von den beiden noch mitkommt wenn wir es bei dem dort drüben bei dem ding also ich sag mal so wir haben schnellreisepunkt fünf meter von uns weg könntest kurz und dann wiederkommen mit allen begleitern kann kann auch da mal hinschicken schnellreise einfach kurz proben der schar oder was es ist beim also bei mir im letzten durchgang gab es den bug das bei der mit damit runterfahren mit der platte dass dann einer runterfällt und tot das passiert ja das passiert ja schon wer diesmal stirbt warte auf mich vielleicht du kann auch noch das passiert da okay interessant ha mich lebt doch irgendwo da unten irgendwo unten am boden okay wir müssen mal ins camp der macht gerade überlebens Okay, Stowel überlebt es vielleicht. Nee, nee, nix erkennt, der kommt wieder. Aber Kala holt ich mal eben wieder. Schlecht in der Pfann. Ja, ja. Komplett backfrei, dieses Spiel. Ich fick dir mal ein Screenshot. Das ist ja fantastisch. Schön, wie... Der ist da jetzt einfach. Schön, wie nach jahrelanger Entwicklung des Spiels und nach permanenten Patches, dieses Spiel einfach komplett backfrei ist. Wir haben sich haupt bei den Patches hauptlich auf Akt 3 konzentriert. Na ja, also... Von Akt 3 und Bergs kann ich dir auch Geschichten erzählen. Ich weiß. Das braucht ein neues Alli. Oh, vielleicht... Dann musst du zurück. Wo bist du denn jetzt? Ich hol grad Kala zurück. Warte kurz. Komm gleich mit Kala wieder. Ich warte auf den nächsten Schnellreisepunkt. Oh, du bist großartig. So, dann setzen wir mal die... Ich hab die 3... Ich hab, glaube ich, die 3. Müssen wir dort einsetzen. Ja, komm, wenn ich die auch kurz ins Camp. Ich würd mal eben dann kurz... ...mit Astharion-Richtlin aus dem Teamwerf... ...und Schattenherz mitnehmen, weil... ...er ist ja aktuell sowieso in der Wand. Müsst Schattenherz mitnehmen? Ja, du. Ich bin grad ein Begleiter-Short. Also, hey. Und wenn du weißt. Wobei, wenn ich jetzt zurückgehe, ist er schon dabei. Ähm. Nö, er ist nicht dabei. Er steckt immer noch in der Wand. Ja, dann kann ich ihn auch kurz ins... ...Camp schicken, dann kann ich Schattenherz mitnehmen. Wenn du's da nicht so verwachst, dass er nie wieder mitkommt. So, die Tür ist auf. Ja, Moment. Ich geh ins Lager. Willst du wirklich Schattenherz mitnehmen? Ich kann auch jemand... Ich kann auch Helfin mitnehmen. Schattenherz bringt halt das... Mit Schattenherz haben wir halt dann die ganze Sache nochmal mit der Geschichte mit. Das Drama um ihre... ...hier Göttin und so. Ja, und? Ich hab ein Abgehört. Dann nimm's halt mit. Ist deine Entscheidung, wen du mit im Team hast. Nimm Helfin mit. Ich nimm Helfin mit. Wir haben aber zwei Ruinen im Team. Warum das? Ich packe... Ich mach ihn zu einem Ranger. Ich muss eh noch leveln. Ich suche einen Wegpunkt. Hier gibt's nämlich einen. Wegpunkt entdeckt. Ja, Moment. Ich level kurz Helfin, er wird jetzt Ranger. Einfach aus Prinzip. Wenn du meinst. Segen von Zinn. Ein ruhiger Weißläufer. Ja, ist relativ beliebt. Was ist da drin? Ein Läufer hab ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist so ne Sache, die ich... Ranger ist cool. Du wirst mich jetzt dafür wahrscheinlich widerschlagen, aber für... Also, Weißläufer ist für mich... So wie ich das verstanden habe, von dem, was ich mir da angeguckt habe, irgendwie... Der wird der schlechtere Druide. Und wie ist da irgendwie... Nein, es ist eine Kombination aus Druide und Fighter. Ja, also... Was kann der Weißläufer, was der Druide nicht kann? Er hat... Er hat Tierbegleiter, die mitleveln. Aber das hat der Druide auch. Also, Tierbegleiten kannst du durchaus... Ja, aber die leveln nicht mit und werden stärker. Dass sie halt... Konsequent... Dauerhaft auf dem selben Niveau bleiben. Apropos Tierbegleiter. Wenn... Wenn ich Vertrauten von dem Kratzer wirke und den Kratzer mit dem Kampf hole... Wenn er dann... Nein, wenn er stirbt, dann bleibt er nicht tot. Aber er stirbt, dann kommt er in den Camp. Dann gut, das wäre... Ja. Weil sonst... Ich trau mich, das nicht auszulösen, weil wenn... Wenn ein Kratzer stirbt, das wäre... Das wäre eine Katastrophe. Dann hole ich den mal her. Ja, mach das. Ich level immer noch hier, Hellsyn. Schwache Genesung, easy. Hier. Das tun wir. Gut, Hellsyn ist gelevelt. Stufe 8, Druidio. Ach stimmt, wir sind erst Stufe 8. Wir sind erst Stufe 8. Ich hatte Hellsyn noch nie im Team dabei. Ja, dann wird es jetzt spannend. Vielleicht kriegen wir noch ein paar... Story... Vielleicht kriegen wir noch ein paar... Sequenzen. Keine Ahnung. Vielleicht noch zwei Läufers. Ich warte auf dich, Mitherson. Ich bin gespannt, wie er sich im Kampf gibt. Ja, ich möchte erst mal gucken, was er so kann. Nehme mal eine Spinne. Ja, kann ich. Ich kann ja auch Tier gestalten. Der hat eine sehr viel cooler... Guck mal. Das da ist ein Tierbegleiter, den er rufen kann. Das ist sehr viel cooler. Ich habe, glaube ich, jetzt Bock auf einen Ranger. Du bleibst schon im Mönch. Nein, ich habe Bock, jetzt einen Ranger zu spielen. In meinem Darkerge. Ach so. Soll ich auch meine Zielgestalt nehmen, bevor wir da reingehen? Der Kampf wird innerhalb von zwei Sekunden fertig sein, weil Balthasar immer noch die Suchverblüte in seinem Arsch stecken hat. Der kann nicht zaubern. Gut, dann ist ja egal. Ich bin ein kompletter Stomp. Ach ja, ich muss halt hin raus, was ist denn Scheiße. Das hat sich vergessen. Da war ja was. Ja, nimm mal den Scheiß, den ich nicht brauche. Den machen wir mal zum Pax. Das könnte in den Katzins interessant werden. Ich lasse den Helm bei ihm an. Och, Scheiße. Wird zurückverwandelt. Wird gerade zurückverwandelt. Ach, Scheiße. Wird fortfahren. Ja, ja. Okay, lasst uns weitergehen. Wir fahren fort. Ich wurde gerade zurückverwandelt und wieder hinverwandelt. Fühlt Katzchen. Ah. Und Karnach geht rein. Natürlich. Als du in das silenten Wasser stehst, ein weiniger Dreck durch dich reint. Es schreit seinen Weg über deine Beine, festzuhalten. Ah ja. Jetzt dürfen wir. Ich bin schon nix drüben. Ich weiss nicht, wieso du... Okay, weiter so kommt Aber redet nicht Hier geht voran Ich hätte auf mehr als nur ein Danke gehört Ist doch egal, was wir zu haben Er ist sowieso... Er ist sowieso wieder in der Tiergestalt Zweitens... Er ist immer... Er hat tatsächlich immer noch diese fucking Suss verblüht Ich hätte nicht gedacht, dass das dauerhaft funktioniert Ich liebe es Was hat denn für einen Helm auf? Das sieht ja wirklich aus Äh, dunkler Justiziar Er ist gerade ein dunkler Justiziar Kannst du den nun sichtbar machen? Ich könnte, aber ich find's lustig, dass er damit rumläuft Sieht so dumm aus Ja, deswegen Er kann nicht mal springen Hä, Heldin ist jetzt für diesen Shadowfell-Abstständ dabei, überhaupt Diese Dinge haben in Tristan Er sagt, embrace the Dummess Sag ich mal Du kratzt auch hinterher Die Begleiter sollten auch mitkommen, irgendwie Achtung, viel großer Dachs kommt geflogen Mit Haste Spinne kommt auf jeden Fall Noch ein bisschen weiter hinten Das ist für die sehr epischer Musik Das ist für die sehr epischer Musik Nennst du hier als Dachs Sieht übrigens sehr epischer aus, wenn... Guck mal hoch, wenn ich hier gerade springe Sieht übrigens sehr schön aus, wenn der Dachs hier einfach mal... Plombs Die ist halt noch sehr weit weg Oh, ja Dachs braucht aber ein bisschen zu laufen, der ist nicht so schnell Ich habe hier einen riesigen Ruin mit einem dummen Helm, also bitte Die Spinne sieht auch lustig aus, wenn sie springt Guck mal hier, Dachs Das ist ja Bauer als Klassenabzug Grabe ich den Boden ein und stoße den Ziehobzug... Okay, das ist nicht schlecht Ja, das ist richtig stark Deshalb ist der Dachs auch mitunter die stärkste Fingestalt, die du so hast Gibt es nicht später noch einen Raptor oder so? Und noch andere Sachen Ja, ja Oh, schade, dass du jetzt weg bist Oh, schade, dass du jetzt weg bist Willst du, um mehr Bars zu meinem Kugel? Oder vielleicht, um zu verlassen, das wäre das Justitius-Blade direkt zu meinem Herzen General Thorne Ich bin sicher, dass du dein bester Behaviour für ihn bist Oh, Person Welcher Justizier, von dem er hältst du auf den Schattenherz? Nicht alles Alien ist so viel mehr als das Herb Hauer Halt deine Tonne, Alien Oder ich werde sie wieder wegnehmen Wir wollen sie am nebenlassen Ja Wo bin ich? Ach, ich bin hier oben Du musst mal runterkommen Ja, du, keine Sorge Ich mach den kurz fertig, er kann sowieso nicht zaubern Tu das Der ist, er ist relativ schwach Im Prinzip Ich hoffe, wir schalten die anderen noch raus Er kann halt nur mit seinem lächerlichen kleinen Dolch angreifen So, ein Kader Ich mach den Ich mach den Scheiß mal so aus Ja, ja Und Kratzer Gey Kann er zu sehen Der kann ich nicht Der kann nicht Ich hab den Großen nur kurz gekillt, ne? Ich glaub, der hätte eh keinen Lug gehabt. Naja, wir werden es nicht rausfinden. Oh, Kratzer kann gut landen. Die Zombies sind ja Gott sei Dank nicht stark. Kratzer kann... Kratzers Angriff ist überraschend gut. Ja, Kratzer ist nicht schlecht. Was kannst du? Netz. Oh Gott, die Spinne ist lächerlich stark. Holy shit. Der hat jetzt hier einen. Natürlich hab ich gerade. Die Spinne hat gerade einen von den Zombies Kubons shottet. Also hier kommt der riesige Dachs. Und der lebt noch. So ein Mist. Ja, übrigens konzentrier dich auf Balthazar. Wenn der stirbt, dann sterben alle um ihn herum auch. Die sind nämlich wirklich nur beschworen. Eigentlich nicht, aber okay. Sicher? Ich bin ziemlich sicher, dass das da nicht passiert. Aber gut. Ich glaube schon, aber... Ich kann mich trotzdem noch weiter so konzentrieren. Ich hab den Kampf bisher nur gecheased, weil ich ihn direkt angegriffen habe, bevor... Auch wenn mein Tier gestaltet ist gleich vorüber. Dann kann ich richtig angreifen. Ich bin gleich tot. Du meinst, der Kampf wird super leicht. Bleib noch ein bisschen am Leben. Ich hab den Kampf nicht gespeichert. Wir können... Wahrscheinlich hab ich automatisch schlafen. Es gab einen Autoschlafen. Es gab einen Autoschlafen. Aber trotzdem würde ich den Kampf beim ersten Mal schaffen. Und ich schlafe. Aber gut. Es wird eine Kindheit, um einen Ende für deine Volle. Wo läuft er hin? Ich kann mich teleportieren. Das ist praktisch. Warum kann ich gerade nichts machen? Warum kann ich den nicht angreifen hier? Was ist denn los hier gerade? Na ja, den hier. So nehme ich. Bist du noch da, Mori? Ja, es nervt mich gerade. Es ist natürlich, wie das Leap gecastet wird. Und was passiert dann? Oh, Mensch. Du schläfst und kannst nichts machen. So, ich geh mal weiter da besuchen. Hau ihn einfach aus dem Leben. So, wirklich geht das nicht, weil ich hab Smiles schon verkauft. Ich hab keine Smiles mehr. Nicht mehr wirklich. Allein das, du Smiles, ist cool. Weil eigentlich würdest du keine Magie benutzen können. Warum ist der ganze Bildschirm auf einmal blauiert? Weil du eben so so blöd im Pelz stehst. Aha. Wie gesagt, die hab ich eben vorhin entweder in den Arsch oder in seine Tasche gesteckt. Eins von beidem. Du darfst dich gerne aussuchen. Ich wollte nur mal, ich wollte nur mal gerade nachfragen. Weil, hätte auch sein können, das ist ein Schlauchanfallkrieger. Ich hab ein bisschen inspiriert. Aha. Du bist tot. Wir schießen den Kampf am nächsten Mal. Also, sonst geht's noch gut. Du sollst leben, um sich zu retten. Vielleicht nicht für lange. Kannst du mal hier bleiben? So schallt's dir nie aus. Und ja. Ich kann mich telefonieren, dann begeg ich mich mal mit Karnabau rüber zu weitersagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist doch viel Schlag auch noch. Ja, ja. Ja, ich beruhende mal eben kurz. So. Wenn man hier gehört nachdessen. Jetzt ist er wieder halbwegs da. Vielleicht wird er weiter durch. Ich kümmere dich um die anderen. Ich kümmere mich um Karnabau. Ähm. Natürlich komme ich hier nicht hin. Ich muss dir einen Fernkampf machen. Ich muss dir einen Fernkampf machen. Immerhin etwas. Nein, du bist wieder da. Kann sein, dass die Schweine am Kratzer getötet werden. Nein, das war die Spinner. Ja, aber der Kratzer ist auch schon tot. Schon länger. Oh Mann, ich hasse diese Scheiße. Warte, guck mal mich um Balthazar. Der verkriecht sich aber. Und holt einfach weiter her. Und ihr seid tot. Was machst du den Kampf mal? Ich bin... Ich glaube nicht, dass ich das alleine schaffe. Jetzt, wo die alle hier drüben sind, kann ich mich auch nicht auf Balthazar konzentrieren. Ich bin doch eh alle tot, weil... Spiel ist halt wieder... Ich verstehe, wieso Leute frustriert von diesem Kampf sind. Ich habe ihnen nur erstmal skippen können. Lass mich diesmal einfach nicht, wenn Leute... Ich habe ihn direkt an. Vorher beschwören können. Scheiß drauf. Was verdie propos ولchen stets alles aus dem Kampf... Ein kleiner kleiner Das kann ich jetzt sein. Das ist auf dem Platz... Ich höre doch nicht... Druggesang mit Rettung im cheeksaar. Euerweh... Die sind dann die Detective. ihr seid zu töten... Ja, scheiß drauf. Du bist sowieso fast nie getroffen. Oh komm, lass mich hoch hier. Oh, Tyson ist tot. Oh nein. Was für ein Verlust. Ja, das ein bisschen länger ist bis zum Portal geschafft. Diesmal. Willst du vielleicht leveln? Ich kämpfe gerade. Du bist auch tot. Ja. Damit sind sie jetzt alle genau offiziell bei mir. Ist ja egal. Da fragst du mich. Wobei, er hat nicht mehr viel Leben. Wenn sie tatsächlich alle wegploppen, wenn... Das tun sie nicht, aber... Potenziell doch. Ich weiß nicht, ich habe in den aktuellen Patch schon nicht gespielt. Wie gesagt, bei mir konnten sie halt nicht mehr beschworen werden. Und dann sind sie gleich zu Knoppen. Nö, sie sind noch da. Okay, gut, du bist tot. Keine Lache, geht mal hier hoch. Oh, ich hätte gleich auf ihn schießen sollen, damit er... Oh, ich habe wieder Smiles. Was soll das jetzt werden? Okay. Das ist wie jetzt. Das war unnütze. Wobei, vielleicht schafft er es ja sogar noch. Nö, er ist nicht ganz ausgeschlossen. Die großen machen wir so, und die kleinen... ...die ich schon weg. Schön, dass die Tiere auch kommen. Ich verteidige die Zimmels ein bisschen. Das war die Idee. Magier. Oh, na toll. Egal, Kader ist noch da. Ich würde die Chancen gerade als Fifty-Fifty einschätzen. Ob das einfach nicht nur eine Idee ist. Ich schalte mal den hier aus. Magier. Ich glaube, ich habe mich hier wieder zurück. Vielleicht kann ich mal bitte wieder aufwachen. Mit Kana alleine... ...kriegt das nicht hin. Ja, du wachst die nicht auf. Dann sind wir verloren. Bis du Schaden kriegst. Noch ein paar Trinke, aber... ...kostet nicht so eine Scheiße. Ich hoffe auf vier Schläge. Hier... So, ein großer Weg. So, hier... ...komm her, großer. Nein, kann ich nicht, weil da steht was im Weg. Ist das nervig. Ich kann den Großen nicht angreifen, weil die anderen im Weg stehen. Und die Trank hätte ich gebraucht. Was für eine dumme Aktion. Schettin. Komm. Du bist nicht alles verloren. Okay, zwei weniger. Kader kommt nach unten. Und jetzt mal hier mit. Die Trank ist ja schön. Ich bin gespannt. Ich mach. Ich auch. Gegen hier. Du hast keinen Smites mehr, oder? Ja. Natürlich nicht. Na. Ich schätze es noch als 50-50 an, je nachdem wie gut sie klappen ist. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das schaffen. Was, wie gut ist das schon? Das ist leicht hier. Es sind nur noch kleine da, also wir haben schon gewonnen. Es ist quasi... Der Kampf ist gewonnen. Der Kampf ist gewonnen. Kann ich den Kader mal hier rüber teleportieren? Jetzt ist er ziemlich gut. Ziemlich gewonnen. Wobei die Fernkämpfer schon das Gegenteil anfühlen. Die Fernkämpfer sind am Arsch. Kann auch stehen bei ihnen drüben. Es sind nur noch vier Gegner. Und das ist... Drei. Zwei. Ja gut, das hab's ja. Na gut. Drei. Zwei. Zwei. Geh nochmal ein bisschen schön. Und zack. Geh nochmal quatschen. Das war ganz ordentlich, dieser Kampf. Das war... Keine übrige Leistung. Ein Speer der Nacht könnte sein. Wieso habe ich den Speer jetzt im Inventar? Ich weiß es nicht. Wo kommt der her? Ich dachte, das Nachtlied war ein Relikt, als es mir klar wurde, dass es eine Person ist, konnte ich nicht anverantworten. Wöter so zu helfen. Warum nennt ihr mich Schal Gimschmeiß? Was? Als Paladin. Ähm. Mit dem Ursprung von Kaffiks Unverwundlichkeit finden und beseitigen. Zunächst habe ich ein paar Fragen für euch. Ja. Ein Krimpies Speer. Ihr müsst Kaffik... Ich muss Kaffik Form töten. Ich komme mit einer freundlichen Absicht, lasst mich euch befreien. Ich will durch den Ursprung von Kaffiks Unverwundlichkeit haben wir schon. Er verschickt mich wer zu holen. Das ist eine glatte Lüge. Das kam auch nicht... Wir haben Kaffik noch nicht gesehen. Wir wissen nicht wer das ist. Ich bin jemand, der eine gute Gelegenheit erkennen kann. Dann ist eure Aufgabe fertig. Läge eine Hand auf mich in Kameraden. Und ich werde frei sein. Mehr braucht es nicht. Nicht so schnell wer sagt zu mir, dass ihr euch nicht gegen mich wendet, wenn ihr frei seid. Was passiert? Und wenn ich es tue? Wie ist es möglich, dass ihr den Ursprung von Kaffiks Unverwundlichkeit seid? Obwohl ihr die Geschichte kennt oder schon. Ja. Obwohl ich es genau mal sehen würde. Ich weiß nicht, wenn wir sie töten. Aber... Ja, nichts. Es ist nützlicher sie zu befreien. Im Dark Urge habe ich sie ihr aus Versehen gerettet. Ich versuche sie seitdem loszuwerden. Aber die Katzchen ist relativ entspannt. Ich weiß, dass du ein bisschen zu viel fragt. Aber wenn die Katzchen durch ist, fühlst du dich mal eben kurz befreien. Äh, zurückholen. Ich muss erst mal die Katzchen durchstehen. Ja, ich kann die Katzchen leider nicht sehen. Ich habe ein Standbild von ihr und Rosenblätter fallen, beziehungsweise Federn fallen. Ich weiß nicht. Man sieht ganz nett aus. Aber... Du kannst ja im Stream gerne zuschauen. Ich kenne sie nicht. Die Katzchen, die Katzchen. Sie ist sehr schön. Ich meine sie auch erwarten. Die Katzchen ist schön. Ich bin bereit wozu, was ist gerade passiert und hier zu verschwinden und ab für meine Waffe absolut. Ich kriege eine Waffe von ihr. Jetzt beste Szene. Vor allem mit dem Sound weg. Na, jetzt sehe ich sie auch tatsächlich wieder. Oh, noch nicht. Doch, jetzt. Lootest du den Nekromanten noch eben? Äh... Wo ist er? Der ist irgendwo an der Treppe. Kann ich gerade nicht. Ich bin auch in der Katzchen. Ah, nein bist du nicht mehr. Aber ich bin blockiert. Also ich bin gerade im Gespräch. Das ist doch... Ja, jetzt. Die Items, die er hat, sind nämlich sehr nützlich für unsere Nekromanten. Mach ich gleich, wenn die Katzchen vorbei ist. Kann ich gar nicht. Bei mir bist du nicht mehr in der Katzchen, aber... Nein, ich bin in der Katzchen. Was machst du in der Katzchen? Du solltest nicht in der Katzchen sein. Und jetzt noch mehr. Ich bin auch ein bisschen manipuliert. Ja, ich bin auch. Ja, ich 185 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. Aber der Sondja gambler... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 cookbook, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich habe hier mit Tieren sprechend mal reingenommen. Das endlich mal. Ah Mensch. Dafür Donnerwurge rausgenommen. Weil Kala ist relativ unspektakulär. Brutaler kritischer Treffer. Als jetzt. Und du bist hoffnungslos überladen. Weil ich dir alles ins Symbolital geklummt habe. Ist noch alles brauchbar. Kann mir noch Bewege reicht. Und Schattenherz. Schattenherz. Ihr Gepäck war ziemlich leer. Die hat kaum was mit dabei gehabt. Die hat glaube ich nur ein Bett. Weil wir die. Die hatten wir nie im Team. Ne. Weil Schattenherz abgehauen ist. Da habe ich ihre Rucksack gekriegt. Und ihre Rucksack war kaum was drin. Und die habe ich dir rüber geschickt. Du bist jetzt ein Rucksack mit einem Trank. Das ist nicht viel. Das ist wirklich. Weil wir hatten sie wirklich nie im Team drunter. Und dadurch hat sie nur ihre Basic Stuff. Was sie am Anfang dabei hatte. Du hättest sie ausziehen können. Dann wäre sie nackt gegangen. Und sag mal wer ist Locke? Hä? Mir liegt ein Tiefling namens Locke im Camp. Ich glaube das war Arabellas Vater. Okay. Habe ich noch irgendeine Leiche im Winter? Ich kann jetzt Gip versprühen. Das ist komplett sinnlos. Fast alles ist resistent. Genau. Mondlichtstern. Wieso kannst du hier einen Schattenschritt machen? Da ist heller leuchtet. Die Bäume werfen Schatten. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn man hier... Also zwischen... Also mit den Tieren sprechen hat es drei verschiedene... Gerade. Jetzt kannst du... Mit Tieren sprechen Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Okay. Das heißt du kannst es mit den anderen Zauberplätzen wirken, wenn du nichts anderes mehr übrig hast. Aha. Bis zu lange Rast. Im höheren Zauberplatz grad höher. Aha. Aber dieser Zauber bei höheren Grad gehübt, so hat dieser keine zusätzlichen Vorteile. Okay. Und dieses keine... Hat dieses keine zusätzlichen Vorteile? Hä? Nö. Also wenn völlig... Ist völlig egal mit welchem... Ja. Es kommt halt drauf an welchen du noch übrig hast. Anzeichen kannst du halt nicht mit den höheren Kasten. Du kannst aber nicht Tiere damit besser verstehen oder so oder... Nein. Nein. Dann lass uns mal einen lange Rast machen. Wieso? Ich bin voll. Ich aber nicht. Ich hab den Kampf gemacht. Ich level den Nekromanten-Moment. Ah. Plaster Starman wieder. Hat das aus dem... ...Hels geschafft. Vermutlich nicht. So. Hier in Todeswolke mit rein. Und was sonst noch. Oh. Ähm. Ich glaub ich hab Kratzer gerade traumatisiert. Passiert. Ich hab grad einen dieser Schädel geworfen. Diesen Anplatz der Feigheit. Und der ist halt... Und der ist halt... Da hab ich geworfen und äh... Und Kratzer ist losgelaufen um den zu holen. Und der ist auf einmal despawned. Das... Das Ding ist einfach... So. Ich hab ein paar wichtige Zauber gelernt eben. Ähm. Gagges kommen dann raus. Dafür braucht man definitiv Dominate Persons. Diese Schädel sind schon gruselig. Bis dahin. Und irgendwo im ganzen Camp... Im Camp liegt jetzt irgendwo... Irgendwo liegt jetzt hier... Ein gruseliger Schädel. Keine Ahnung wo. Ich bin jetzt... Und... Taut dann irgendeine Stör auf. Ja gut. Du willst einen langen Raster machen wir mal. So. Haben wir hier noch. So. So. Sie sind so einfach... Mit 60. 60. 80. 40. Er hat einen Seil. Ok, jetzt Moonrise-Toros oder was ist der Plan? Hm? Jetzt Moonrise-Toros, Käfig von Besiegen oder was ist der Plan? Ich verkaufe erst mal meinen Scheiß. Gut, weil ich würde mal... Ich mache mal eine kurze Pause, würde ich sagen. Jetzt kannst du mal den Scheiß verkaufen und dann... Und dann Moonrise-Toros wahrscheinlich... Mal schauen. Nee, sprichst du gerade. Hm, steht, wir haben keine Händlerin mehr. Doch, bei dem... beim... Nach Slide-In, müsste noch recht sein. Nee, wir sind weg. Wir haben noch da unten. Wieso hast du die getötet? Die sind in den Krieg gezogen. Oh je. Na gut, ich mache trotzdem eine kurze Rast. Ich mache eine kurze Rast, genau. Ja, ja, ich verkaufe... Ich mache eine kurze Rast, bis gleich. Ähm... Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen einen Traumschlüssel. Ja. Ja. Oh nein, das machen wir ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg noch mal zurück, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann... Sonst vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Zeit hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich... Ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das. Sie kann auf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind künstlich steckt... Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als egal werden. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Sorry. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamiz? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst es nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Ich muss mal das Baum verhindern mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher. Warum solltest du es nicht tun? Ja. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frank gefühlt in die Stimme. Ja. Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Anders. Wir lieben gut. Ich spreche das so jetzt, wenn sie dir das bitte weg... Ja. Jetzt bin ich noch kurz drüben. Oh, das ist der... Das ist der Glitch, jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Das Spiel kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Kann ich hier mal landen? Schaut mal, wo wir sind. Der Griff in der Gemeinschaftsraum. Der Griff in der Stabssieder, um genauer zu sein. Ein paar für ein paar von den Griff in der Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopulbe gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Ich habe das Kopfnose dick. Ich habe das Kopfnose dick. Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Der Griff in der Gemeinschaftsraum. Sie als Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit. Bist draußen ist eine Chance. Ich weiß mein Vater. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Und etwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel auflegt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Ja. Na zwar. Hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Dirmelsäule aus Frottee isst. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Sommische Frächer Post. Das kriege ich auch noch nicht. Nein. Der Bisschen, der Bisschen, der Bisschen, der Bisschen, der Ketchup und so weiter. Nein. Wir haben diesen Jungen gemacht. Ich habe gern nichts gemacht. Er wollte mich nur beschütten. Er wollte... Ihr erreicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Nein. Mit nicht. Meldest du. Ich weiß nicht. Meldest du. Der scheiß Vater. Geh in der Zimmer. Jetzt. Wirst du deinem Kind nicht wehtun. Was für ein mieser Vater. Nein. Oh, das ist voll. Nein, du füdst, sagst Du. Es war alles, alles blauher. So etwas kann ich sehen. Und im Himmel. Und dann ist das die Riesen. Mami. Ich habe Angst vor dem Monster. Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süßer. Stimmt, du bist gut. Heizt's Maul. Lass mir bitte eine Minute helfen. Gib dir, vergib dir. Mutter, Zeit mit dir unterröter. Hälst's Maul aus. Hälst's Maul aus Gesicht. Komm, geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Komm, geh auf. Mist sein. Ja, hör doch nicht rum. Das ist kaum angefasst. Ja, vermiss dich. Ich hab dir. Ich hab dir, die Kroger vor. Ich hab dir vor, die Kroger vom Woodstock. Ja. Das ist mein Geist. Das ist mein Geist. Das ist mein Geist. Das ist mein Geist. es sieht so aus als ob ihr nicht ganz die attraktion seid mit ihr euch haltet ihr seid nur drei absolute dummköpfe in einem großen knover na sehr toll haben sie in der zeitmaschine verfranzt du musst sie überwältigen wir haben nicht gerade entdeckt die kommen jetzt gerade zu mir raus ich bin aber auch draußen draußen ich bin bei dir draußen moddy oh mein gott du bist was das auch eine idee das war ein alter mann natürlich habe ich dem die flitte geklaut ich habe eine flinste das sieht so aus ok neue klamotten ohne nähmaschine ein platten spieler ich habe mein ziel erreicht die haben kauberhüte oh oh nein ich kriege das bild wundervoll wo sind kauerhüte auf dem bild oh klamotten aber wir können uns umziehen das ist ein schrank zum umziehen ich sitze ich zieh mich um ja ich komm gleich was hast du getan was hast du getan das ist es ist halt leider viel zu realistisch 3-2-Play und 3. Ich sage 3-2-Play-Game. Das ist ein bisschen zu drüben. Nice. Starten wir das Spiel. Äh, das ist kein Spiel. Und so. Den Held-Face konntest du mit Verlösen. Äh, natürlich. Wenn du Zugriff auf deine Fotos Dokumente machen konntest du mit Verlösen. Okay, können wir jetzt spielen? Oh, komm! Ich zeige dir, User. Es ist nichts wehrer, als eine Freizeit-Play. Ich habe mich gefragt, was kann ich sagen? Oh, shut up! Ich habe gewonnen. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute, schau. Die würde ich gerne gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können. Ja. Na dann. Ich komme auch zu dir. Sie ist so irrelevant, dass du sie im Dark Urge zwingend tötest. Also komm. Warum? Ich habe sie nicht getötet. Irgendwie. Weißt du, hast du trotzdem den Mantel gehabt? Nö. Bei meins habe ich gehabt. Bei meins habe ich gehabt, aber ich habe die irgendwie, weil ich die Drüge getötet habe und dann rausgeschmissen. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Back, das aus dem Lager geschmissen wurde. Bevor ich irgendwie weitermachen konnte. Aber das war eine andere Geschichte. Interessant. Und ich belebe jetzt einfach mal ein paar Tote wieder. Ich bin schon beim Mondabgang-Türm. Ja, ja, ich belebe noch ein paar Tote wieder. Wir sind jetzt auf dem Niveau, dass wir Ghule haben. Das bedeutet, Ghule. Stärkere Untote. Gut, ich habe gerade etwas ganz anderes verstanden. Will ich wissen, was du verstanden hast? Nein. Gut. So, ein Fünft-Level-Platz wieder zurückholen. Danke. So, die Kämpfe werden jetzt nicht mehr so schlimm, oder? Das wird jetzt... Doch. Jetzt kommt der Große. Und die Habe, der lässt dich auch. Ja, du. Ich hole gerade zwei Ghule. Ich hole... Ein Quasit-Geld als Untoter. Also, es gibt... Es gibt... Es gibt die... Es gibt die Möglichkeit, Gathric... Nachdem wir ihn oben auf die Spitze besiegen... Also, in der Mikronen... Kolonie... Das... Das war den dort... Das war... Das war... Das war den überreden können, sich selbst einen Tod zu schmeißen. Damals Skippen war... Ein Großteil des Kampfes, und... Das ist dann... Du willst wirklich... Du willst den Boss... Den... Einen echt coolen Boss-Kampf skippen. Nur gegen den Avatar... Wir haben heute schon so viel gekämpft, als ich... Ich... Wir machen nicht die Illifiden-Kolonie. Wir werden jetzt den großen Kampf machen, und dann ist auch Ende. Der wird lang genug dauern. Welchen großen Kampf meinst du? Unten? Gegen die... Gegen die Ork-Dame, unter anderem? Das wird nicht lange dauern, das schaffen wir aber... In einer halben Stunde vielleicht. Plus den Kampf oben... Plus den Kampf mit der Mimik... Ja... Wir machen heute den Tower noch fertig, und da ist Ende. Wir sind nicht schwer. Wir machen nicht die Kolonie. Das wäre Wahnsinn, wenn wir jetzt die Kolonie jetzt... Eigentlich Kämpfer an sich, die sind nicht schwer. Weil wir sind doch super ausgerüstet, das ist da. Wenn wir uns halbwegs gut anstellen. Ja, ich bin schon am... Ich bin schon beim Zollhaus. Hier gibt es noch einiges zu buten. Wir wissen noch die... Gefallenen Kämpfer. Ne, aber ich stelle mir mal kurz meine Key-Punkte wieder her. Gegen einige Faust-Kämpfer, da könnte man noch ein bisschen Zeug noch mitnehmen, dass die... Und später verkaufen. Das Lager schicken. Soll ich mal ein bisschen Zeug ins Lager schicken? Das ist unnötig. Du kannst gerne Zeug ins Lager schicken, ich bin da. Kann man später vielleicht verkaufen. Ja, das Zeug passt die so... Die haben ja ziemlich viel Zeug. Ist man da... Ist der Spinnentyp da? Ne, den haben wir doch schon getötet, ganz am Anfang. Ja, aber der kommt als Untoten manchmal wieder. Ne, dürfte eigentlich nicht. So, ich nehme den Wächterschlüssel mit und jetzt eine Knolle. So, mit der Jaira müssen wir reden. Ja. Bin mal bei der Jaira. Kann es dazu kommen. Jo, ich auch. Ich, die Gula und der Quasit kommen dazu. Ich gucke mal, ob ich noch ein Elementar später hole oder ob ich... ... in Trudus Wolke reinballer. Ich gucke mal. Ich gucke mal. So sagt die Wiese, Alondo. Das Beacon von Angelischen Rats hat einen Kampf gegen Kederich auf der Rufthau. In der ersten Linie der Befense sind sie tot. Aber die Störmung der Torre wird nicht leicht. Und wenn wir zu lange warten, Kederich wird seine Kraft und retaliert. Und jetzt wird er auf der Rückseite, seit er zurückgezogen hat. Das ist es. Der Spear-Head-Moment. Sie haben uns so weit gebracht. Also wie können wir gehen? Macht was ihr wollt, aber steht mit dem Weg. Ihr seid die hohe Hafner und sagt es mir. Wir gehen rein und sichern zuerst das Erdgeschoss. Aber wir gehen an Ausgänger. Also wir könnten sie im Team gebrauchen. Wir könnten zusätzliche Kämpfer mit dabei haben. Ist zwar ziemlich scheiße. Wir könnten sie mit dem Team gebrauchen. Wir könnten sie mit dem Team gebrauchen. Wir haben sie nicht im Team. Aber sie kämpft zumindest mit uns. Und das tut sie, glaube ich, bei allen Teilen. Ich meine, das ist das Obers. Das Erste. Und das ist das Richtige. Als es fertig ist, ich und meine Harpers werden den Grundflug halten, während du den General selbst schüttest. Floric left some of her Flaming Fist. Sie werden die Prisons und die Barakten unten um sicherzustellen, dass wir nicht von Überraschung genommen sind. Sag die Worte. Und wir sind weg. Und ein paar Haber haben wir jetzt noch damit dazu. Wir werden alle sterben. Und ein paar siegessichere Kampfwörter wird schon schief gehen. Wir werden alle sterben. Mal weinen da. Molly, kommst du mit? Ja, keine Sorge. Der mich gibt in den Grund. Der mich gibt in den Grund. Oh. Den ist nicht mehr. Okay. Oh, ich kann eine schöne Todeswolf wieder unten reinsetzen. Soll ich mich auf den riesigen Troll konzentrieren? Wir machen den Rücken. Wir machen die Trollen. Wir machen die Trollen. Wir machen die Trollen. Aber die ist nun relativ ungreifbar. Also die Störl ist relativ ungreifbar. Die Trollen ist relativ ungreifbar im Moment. Aber sie ist sehr geschützt. Okay, vielleicht kann ich die deportieren. Die deportation wäre richtig geil. Machst du was? Erst da oben? Ja. Unangreifbar, sagst du. Ah, okay, auch nice. Die Counterspellen. Gut, die Jungs sind dran. Erstmal bin ich dran. Aber den dort hinten kann ich... Nee, kann ich nicht angreifen. Mist, aber den kann ich angreifen. Okay, Mist. Meiner ist natürlich mal wieder ganz zum Schluss dran. Keiner ist relativ tief zum Anfang und mein Körper ist relativ am Ende. Das ist einfach. Ja, der quasi unsichtbar ist hier wieder. Keiner ist mir meistens sehr entspannen. Das war nicht schlecht. Sehr gut. Der Untote macht was. Oh, das ist nicht die Explodierenden. Aber mit Dark Urge hatte ich auch schon so... Ich bin hier, glaube ich, mit Level 10 schon reingelaufen. Also, ich bin einfach hier durchgerannt. Durchgerannt in dem Sinne, dass es den wirklich... Also, Dark Urge ist einfach so viel HP durch die... Durch die verschiedenen Modi, die wir gemacht haben. auch durch diese... diese gestalt die du dann irgendwann gehst, diese Baal gestalt die du dann irgendwann hast, die ist auch einfach zu OP wo du dann gegen einen vorauseinander reißen kannst, fühlt man sich nicht dazu mächtig was ist da hier wirklich ein Dön-Dön-Wann kein Vergleich dazu wir schaffen es auch hier so ich kann Nebelschritt, dann gehe ich mal zu dem da drüben heisern kannst du tun ich würde dir aber empfehlen sich noch hier oben zu konzentrieren dann wiederum wir haben auch einige gute Fernkämpfer dabei Mist, ich werde darauf gepokert, dass das klappt ich würde zuerst die Magie ausschalten, deswegen ich habe zumindest die Nahkämpfer erstmal schön in der Hypnose gehalten dann ziehe ich mir hier oben und ziehe ich mir hier oben ist irgendwas hier altdunkel? ja hier ist halt die hier ist es mir überall zu hell also machen wir nochmal einmal Darkness rein wie warte ich mir hier drauf einzubilen? ich habe mich drauf gesehen ich habe mich drauf gesehen der Kollege kann sich auf die oben konzentrieren ich habe mich daraufhin nicht mehr mitgenommen ich kann euch da hin ich habe mich bei dir genommen Ich hab ein guter euch, die Fliehenden Guhle mitgenommen hat. Quasi, das ist bestimmt auch nützlich, weil ich mag's. Ah, sehr schön. So, Karnach. Nicht in die Dunkelheit rein. Nicht in die Dunkelheit gehen. Ich hoffe, das habe ich nicht getan. Ich springe im Zweifel über die Dunkelheit. Wie greift denn ein Weg? Das ist unterbrochen. Den hier kann ich ausschalten damit. Und ich bin natürlich genau in die... Was machst du denn, Karnach? Ihr sind doch schon blind. Mein Gott. Was ist das? Was hast du denn gemacht? Na geil, dann bleib ich halt da drun. Ja gut, dann stehe ich halt auch mal mit den Dunkelheits. Was ist das? 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 Was ist das Beste? Das Beste? Nein. Das Stärkste. Die Situation nicht dringend, aber er ist nicht cool. Wir haben halt die meisten Resistenzen. Das Stärkste. Wir haben die meisten in den Dunkelheitsgeräten. Das ist auch nicht mehr in den Dunkelheitsgeräten. Das ist schlecht. Wir haben hier noch ein bisschen gehalten. Ich habe keinen Trinken mehr in den Förlach. So, dann mache ich den mal weg hier. Oder auch nicht. Alter! Er ist ein Halb-Org. Die bleiben so gewöhnlich stehen. Und ein Fehlschlag. Okay. Nächste Runde. Ah nein, er ist ein Frau. Ja, der wurde gefeiert. Nächste Runde ist er weg. Oder jetzt. Oder jetzt. Jetzt einer der Magier ist weg. Wo ist der andere? Da steht er noch. Okay, er ist weg. Der hat auch noch am besten Arbeit getan. Wo kommt denn hier ein... Das ist ein... Wie heißt denn sie Knolle? Eine Knolle. Von die Knolle hierher. Das sind Paustiere. Dann machst du dich immerhin fertig. Dann komme ich hier mal. Der kann auch zur Hilfe. Im nächsten Zug. Von hinten gleich mal angreifen. Das könnte hilfreich werden. Oben einer weniger. Dann hier der andere noch. Dann haben wir da. Kannst du auch runterschubsen. Dann müsste der direkt vor meinen Füßen landen. Dann habe ich den beim nächsten Mal. Das ist schon was ich überlebt. Das ist aber das nächste Mal. Ich glaube er erkannt hat. Das ist schon was ich überlebt. Kannst du ja mal versuchen. Was habe ich hier? Solinda ist hier in der Knolle. Okay, Karnach. Was kann ich mit Karnach hier machen? Hier steht der direkt vor mir. Der ist nicht mehr. Dann weg hier. Nicht schlecht. Aber trotzdem fast tot. Gut. Ich glaube, die Herrera ist gestorben. Wer? Die Dame, die eigentlich relevant ist. Und irgendwann eine Begleiterin wäre. Okay. Die eine wichtige. Ach so der Lira. Und ja das ist. Ja. Ja da verpassen wir halt ein bisschen. Am dritten ab. Ein paar hübsche. Szenen aber. Damit können wir halt auch Minsk nicht mehr mitnehmen. Die Familienvereinigung und so weiter. Aber Minsk. Ich weiß nicht ob du Minsk nicht doch noch mitnehmen kannst. Kannst du nicht. Sicher? Ja. Oh, hier kommt Verstärkung von hinten. Vielleicht sollte man hier bleiben. Ich halte mal die Verstärkung auf. Ja. Ich darf das hier auch. Ich darf das hier auch noch. Oder auch nicht. Ich habe jetzt dank des Level-Ups. Ein Bonus auf starke Waffe. Und ein Bonus durch den Sperr. Ein Bonus auf Sperr. Also ich kann. Ich kann. Bonus. Ich kann Bonus-Attacke. Einsetzen. noch zusätzlich. Entweder mit Wucht oder mit Heap. Das ist eigentlich ziemlich genial. Na komm. Springen. Nicht unbedingt hierher. Ich komme da schon alleine zurecht. Kalach bräuchte Unterstützung. Bis dahinten am Los. Jo, das weiß halt niemand. Kalach ist am Verwecken. Es sind auch fast keine Gegner mehr da. Naja. Genug um Kalach zu töten. Zu Kalach hier liegt einer. Und spektakulär. Oh. Deckung runter. Ich kann auch die Arbeit abnehmen. Wolltest du auch Hilfe. Nicht ausrutschen. Nicht ausrutschen. Nicht ausrutschen. So, dann gehe ich hier mal rein. Das ist das Thema ganz gut. Das ist das Thema ganz gut. Dann geht er da rum. Und die Haufen halten sich relativ gut. Das ist... Bis auf die eine... Bis auf die eine tatsächlich relevante Person, ja. Ja gut, aber... Also bei mir... Im ersten Mal waren die... Waren die Haufen einfach irgendwann weg. Weil es einfach... Ja... Weil wenig... Weil ich nicht gut gekämpft habe. Ja bei mir auch. Oh mein Gott. Mir fällt gerade auch Rune und der Typ ist so eine gute Kombination. Holy shit. Ja. Was mache ich denn jetzt? Springen. Nein, es hat überlebt. Ist hier noch irgendjemand in diesem Raum? Sieht nicht so aus, oder? Ja. Doch hier hinten. Aber die... Da kümmert sich der... Inventator. Wie ist die Bewegungsrate? Tja. Ich muss es skippen. Hopp da. Stöhnen rum. Das sind nur noch drei Gegner, wenn ich das richtig sehe. So viel dazu, das wird schwer. Alter... Sie ist nicht mal gestorben. Sie ist nicht gestorben, weil sie jemand von anderen hat. Und das bedeutet, wie kann ich mit einem Schlag... ...einander... Das hat sie erlebt. Frustrat zum Segen. Unerwartlich habe ich... Oder die Haffner an dich. Spurten über das Eis. Da oben ist noch jemand. Und warum klettert die da hoch? Ja. Der eine Typ. Ah. Einer steht da noch. Interessant. Oha. Ich habe dich gerade für den Gegner gehalten, Moni. Ähm. Mhm. Voll. Ich hätte dich gerade fast gesmited. Wo sind denn hier noch Gegner? Ja. Nur nach oben. Du kannst hier unten skippen. Ja. Das ist blöd. Du hast glaube ich keinen Weg für den Kampf. Nach oben schießen kann ich nicht, oder? Na doch. Kann ich. Sicher? Passt das? Oh. Ich kann dann. Oh. Ein Schlüssel. Kann ich dir einen Parasiten haben? Äh. Da oben. Faust. Haffner. Wo ist denn die Siebel? Wo liegt die denn? Möglicherweise unter dem Treu, oder was? Ich guck mal. Ah. Oh. Eine Ritterrüstung. Oh. Hier ist jemand. Hellebayer Wachsamkeit. Seelenmützen. Ritterrüstung. Oh. Und die Portiermeisterin ist wieder da. Es ist eine schmerzene Tusch. Der König. Wo bist du? Ah. Ich kann jetzt mit dir handeln. Haha. Du kannst jetzt mit der Portiermeisterin handeln. Die ist hier auf dem Schlachtfeld. Wenn du zurück verkaufen willst. Ah. Hier ist die. Die hat einen Ball plus eins dabei. Oh. Eine Rüstung. Beschütze der absoluten Schild. Was davon baue ich? Ah. Was ist mir jetzt der Schwachen? Ich lieb's in dir, oder? Ich hatte Karloch schon, den Karloch hat noch gar nicht. ich kann auch jetzt den zweiten wo sie jetzt gerade noch darauf eingelassen hat schön schön ok und wie bist du gerade im gespräch ich handel gerade ich habe hier ein paar schlüssel gefunden ich kann uns später das durch schloss klatschen erläutern das glaube ich auch schon und auch keine wächter schlüssel ich habe echt gute schriftrollen dabei ich kann dir ein bisschen von dem zweck was du was hier von loot ins inventar stopfen kannst du das verkaufen kannst du jetzt gern tun mal eine ritterrüstung zum beispiel das ist teuer verkaufen ich kann es dir in karl ich kann es dir in karl ich kann es dir in karl wenn ich dir in karl ich kann es dir in karl ich kann es dir in karl ich kann es dir Laura Hörst du die Dinge wieder auf dem Boden, oder? Glaubst du die? Ich brauch nichts mehr. Ich sitze mal gerade auf der Fixed-Ton. Ähm, ähm, das ist nicht gesund. Was? Ich gucke mal, wie wir gerade hier stehen. Ja, Moment. Und guck mal, wo ich meinen Schleif habe. Das ist gerade, ähm, guck mal, komm mal hier zur Seite, guck mal, das ist wo dann. Ja, ja, ich hab's gesehen, das ist gerade, das ist gerade, ja, ich frag mich gerade. Warte mal kurz, ich muss was wichtiges machen. Das ist ganz wichtiges. Ich hab's gesehen, wenn wir im Kampf benutzt. Schön. Äh, ich würd mal losgehen und mit der Absoluten reden, okay? Gut. Mit der Absoluten? Ja. Die ist nicht hier. Natürlich. Wo sollte die sonst sein? Wo, 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 wo genau gehst du hin? Nach oben? Zu dem Riss in der Wand? Und dann mit der Göttin, die wir hier angeblich verheiratet reden. Ey, warum kann ich nicht springen? Du weißt, dass das... ...Ederwein nicht hier sein kann? Doch, klar. Die ist hier. Ah ja. Äh, ich komm hier aber nicht durch. Kannst du ja beim Gespräch zugucken, Moment. Guck dir einfach das Gespräch an. Versuch gerade zu dir rüber zu kommen. Das geht nicht. Guck einfach das Gespräch an. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Nein. Nein. Gott, nein. Ich hau jetzt hier unsere Inspiration raus. Das ist schlecht. Du kannst du nicht mehr sehen, aber du merkst das Gefühl hast. Das gleiche Aliein-Presence, du fühlst auf dem Nautiloyd. Du bist die Bewusstsein auf dem Nautiloyd. Du bist die Bewusstsein rauskriegt. Du bist die Bewusstsein rauskriegt. Du bist die Bewusstsein und siehst du kaufst. Die Präsent in deinem Gehirn leuchtet größer, jetzt näher. Die Tendrille steigern und plötzlich bist du überall. Na toll. Das ist Absicht. Du bist am Arsch. Aberation? Why? What? Who are you? I am. We are. A pause, as if it struggles to compress its vast being down into temps you can understand. This is the voice they have given me. To better speak to your kind without breaking you. I was once a servant of the grand design. Now I am a slave to theirs. But you... You are the flaw in their design. The single thread that could unravel everything they've planned. They named themselves chosen. But they are savers. They were the only one to find this world. But... I cannot find... You. You must come to me. So I can become myself again. A world away the grip on you tightens. A desperate drowning thing that pulls you down with it. What happens? You mean I have to be conscious of the pain. You are the only one to think of it. You wake up! Uh... 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 Geschicklichkeit ist dein bestes, was du haben kannst. Gut, ich gehe weiter. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Gut, wir machen die Kolonie jetzt. Du machst die Kolonie. Ja, hab ich gesagt, vier. Ich bin noch hier oben. Wo bist du? Im Kerker. Ich bin in der Blutsuppe. Fantastisch. Alleine schaffe ich den Kampf gegen Käfig aber nicht. Ich weiß, ich komme dann hoch. Ich kann ja hier unten warten. Das ist interessant, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich würde mal die Tieflinge retten, die sind im Kerker. Mal sehen. Wenn ich an ihnen vorbeikommen werde ich nicht. Abgesehen davon, dass mein Stream gerade komplett zerstört. Ähm. Oh, das ist... Zumindest mein Laptop. Und gerade die Stream-Faser, den, den, den... ...den Dienst versorgt. Oh, ich bin im Kampf. Wenn ich überwinde, dazu kamst. Irgendwie. Ich habe hier selber auch ein bisschen harten Schrecken. Action. Ach du Scheiße. Das ist ein Todes-Hürter. Das ist... ...ein bisschen großes Problem. Das ist ein mittelgroßes Problem. Schöne Aussage. Also ein großes Problem würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein bisschen... ...pfff. Ich habe schon andere Probleme, aber... Ich komme hinter dir, harten Schrecken. Ich habe keine Ahnung, ob das du noch live wirst. Das kann niemand wissen. Es ist und bleibt ein Rätsel. Wenn mein Laptop nachmachen will ich gerade feiern uns. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kann ich mit dem Dax noch irgendwie angreifen. Ich habe hier zwei Haken Schrecken. Okay, wir kämpfen also gerade zwei verschiedene Kämpfe. Japp. Wenn man schon ob einer von uns den Kampf schafft. Ich habe einen 120er Erd-Elementar mit Super-Bling-Assistenzen und einen... ...Ghoul, die in Kombination quasi sterben ist. Ich habe einen 17er HB-Dax. Ich habe einen 17er HB-Dax. Ja, das ist ein Problem. Ich schlage ihn nieder. So nehme dich. Ich schlage ihn nieder. So, der Todes wird das Geschichte. Was! Das ist ein Brache. Du kannst jetzt diesen relief Neustadt machen auf dem Laptop, das ist irgendwie gerade Komplett Schiss gesagt und meine Tegestadt ist gekommen, ich kann nur hier machen Ha Ich habe ein paar Hafner bei mir, wenn man das hier Und die Tegestadt wieder hin Wenigstens nur die Tegestadt Die greifen hier ordentlich an, ich könnte hier wirklich Hilfe brauchen Ich werde hier wirklich abgemetzelt Das ist gerade wirklich ernst Ich höre gerade, du hast den Kampf geschafft Dann kannst du mal zu mir kommen Ja, das sind nur Haken Schrecken Ich könnte hier wirklich Hilfe brauchen Hier ist eine ganze Armee aus Necromiten Ich kann dir diese Hilfe geben Oh nein, schade Ich kann jetzt mal ins Kerker kommen Das wird nämlich wirklich gerade sehr eng Ja, wenn wir hier durchkommen, dann kommen wir Ich glaube ich bin tatsächlich in der Kunde Für Smites natürlich nicht wirklich Aber für die reicht es Ich glaube der Fels bringt dich wohin Oh, ich bin im Gefängnis vom Kommaufgang Ja, komm mal mit So Dann müsste ein großer Kampf sein Wenn du in den Gefängnissen bist Dann müsstest du gleich in deinem Kampf teilnehmen Oder du bist in einem anderen Gefängnis Meine Fresse Laptop, was ist los? Ich glaube ich muss den Deckmärkeit starten Wow, das ist hier Die stellen hier Reihen auf Das ist echt übel Komm, ist hier so eine Armee Wir kommen ja gleich Ich breche gerade durch die Wand Ich bin durch eine Wand gebrochen Der Elementar kommt nicht rüber Der Elementar kommt rüber Danke Ah, der wird so später Ich bin jetzt in einer Gefängniszelle Jetzt muss ich nur noch aus einer Gefängniszelle rauskommen Achso, hundert Ein hier In hier Ja, das ist noch einer So, hier ist aufgeräumt Na toll, ok, meine Mitstreiter sind erledigt, jetzt bin ich mal nur den Mitstreiter gebrochen Die kommen schon, ich bin schon wieder in einem Gefängnis, ich komme hier aber, glaube ich, nicht raus Kann auch, bitte, sich mal hier drückt, in die Mitte Zwei weniger Okay, das war Das ist ein Magier hinten, wenn du von der anderen Seite kommst Der macht gerade Feuerbeile hier, meine Fresse Ja, das ist schön, ich bin in einer Gefängniszelle, ich kann nie, ich kann jetzt ins Last Knight hinfahren, wenn ich das wollen würde Kann ich irgendwas gegen den Magier tun? Kann ich Gürt schon viel stark Ah, hier komm ich hoch, ok, gut, ich glaube ich weiß, wie ich rauskomme Immerhin Immerhin Jetzt bin ich schon hoch Ach, ich bin Ah, du hast Ja, du hast schwieriges gelände ich bin endlich aus dem Gefängnisbox, ach da hinten seid ihr, oh Gott ja, aber nicht mehr lange ich kann pronuncia- richtig vorne beginia oh weiß ich kann hier der ist weg auf den Skeletten sind das eigentlich aber starke Skeletten und Color Stone ah, da kommt Unterstützung gerade kurz bevor die Schlag zu Ende ist besser als nicht ich habe schon mal die Hälfte der Amirik geschlachtet das waren drei mal so viele und ich habe gerade den Mönch und diese ganzen Problemen hypnotisiert das läuft nicht so gut dann muss ich erstmal und dann einmal gehen oh da ist ja noch einer hinter mir ich kann nichts angreifen Mist das ist 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 Also in der Kolonie ja, aber ein, zwei auch hier waren, andererseits auch hier das Gebiet auch sehr interessant zu sehen. Bin ich auch irgendwann mal wieder dran. So, ich bin dran. Ah, es ist so nervig. Ne, nicht lupen. Weiter gehen. So, hier drei in einem Zug. Fantastisch. Oh, oh. Nicht sterben. Kein lach. Bleibt noch ein bisschen. Ich muss, glaube ich, meine nächste Runde nach Ritten gehen. Hier steht auch noch hinten einer. Was läuft bei mir da hinten? Ich versuche gerade eine Möglichkeit zu finden. Dafür zu sorgen, dass der Ghoul tatsächlich sich auch noch... There ist doch ein bisschen zu machen. Ich habe noch ein Heiland-Dorf. Ja, komm, muss ich so. Ja, das ist ja. Ah ja. Ich habe gerade den Ghoul am Leben zu halten. Ach du Scheiße. Gut, das war es mit mir. Deshalb wollte ich den Ghoul am Leben halten. Weil der kann ich von mir noch mal ins Glas knacken. Ich wollte ganz Karla reingehen, aber wenn ich jetzt selbst am Überlebenszug machen bin. Kann der Ghoul eigentlich healen? Ja, er kann sich selbst healen. Und mir aufhelfen. Nein. Und das Talos ist gleich tot und lass halt ihn nicht für irgendwo im Lecker. Dann darfst du jetzt nicht sterben. Weil ich liegt bei wie bei der Seen am Boden. Und einem von uns mal aufhelfen. Damit der Kampf noch weitergehen kann. Alles gut, Moment. Ich hatte hier noch... Schuftruder ist wiederbedebens. Oh, er liegt natürlich irgendwie da irgendwo auseinander. Er liegt hier direkt neben dir. Wenn er nicht heisst, dann kann ich hier noch heilen gehen. Es bleibt jemand andern. Hier hinten steht auch einer und macht absolut gar nichts. Und er warst einfach auch... Steht die ganze Zeit untätig rum. Na toll. 2.0 Skeletor. 2.0 Skeletor. Ach Mann, ich bin schon wieder. Ich bin gleich schon wieder, bevor ich ja... Komm, hier ab zu Karnach. Ich kann dir nicht helfen. So ein Scheiß. Ich kann auch nicht angreifen. Ach, das ist... Scheiß-Trick ist das hier. Heilen kann ich mich gerade auch selbst nicht. Okay, ich bin wieder Marsch. Und das hier weiter hinten. Ich finde ich das lieber. Alles gut, denn Fahrflug wird auf die Bestörungen in den Außen. Gut. Ich lasse mich dann auch mal. Ich auch noch einmal hin. Ich habe gerade direkt einen Gegner hinter mir. Ich lasse mich bitte noch eine Runde übernehmen. Sonst können wir uns Karnach noch retten. Und nicht irgendwie heilen. Ich wundere, ob das die Kosten wert ist. Ich habe einen Paladin da nicht heilen können. Ich hoffe, ich habe Spaß im Kampf. Ich halte hier meinen Speer über Karnach. Ist auch lustig. Ja, wir sind wieder so vorbei. Was die HP angeht. Und bitte nicht mich an und greifen. Ah, natürlich greift er mich an. So, jetzt bitte. Jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr. Ah doch. Ich habe einen Tank. Den greifen kann ich natürlich nicht mehr. Und dann kriege ich halt auch geschenkt. Nächste Runde musst du auch mal deinen Karnach verschenken. Und dann ist sie wieder. Am Boden. Das springt doch alles nichts. Habe ich noch nie nutzloser gefühlt im Kampf. I will. Ich kann mich nicht mehr messen, Noch einer. So, dann kann ich jetzt auch mal nicht kämpfen. Und ich auch hoffentlich gleich. So, sehr schön. Ich hole ab. Ah, ein Angriff. Ja, direkt teleportieren. Was nicht ganz zu viel bringt, aber... Na ja. Erstmal hier. Und hier. Jetzt komme ich mal hier hinter. Und... Was war das? Na bitte. Das war eine knappe Sache. Offensichtlich halte ich die Shortwrest jetzt auch Beschwörung. Ja. Jetzt haben wir jetzt hier irgendwie noch Insassen, die wir befreien können. Wofür es sich gelohnt hätte... Oh, diabolischer Pflege ist wirklich cool. Und wahrscheinlich nicht. Nimm mit. Ich guck mich hier mal um. Ich nehm vor allem die Leichen mit. Das ist nötig, weil wir haben immer noch Nekromantor im Team. Also hier sind keine Insassen mehr. Und ich sehe sie nicht. Aber hier will ich mal rein. then hast du mal eine Schlussknackung? eh. Egal. Ja, wenn du mir nicht... das Inventar voll gekommen hättest. mit irgendwelchen Scheiße. Ich hab's aufgerissen. Ja. Könnt' ich jetzt auch tatsächlich rüber gehen? Ich mach mal an der Centioon auf Ah, jetzt hast du mir das Invertraffel geklumpst, danke Immer So, ich lass mal die hier hier fallen und die hier Hier Dann krieg mir Zweifel dann später noch Ein paar Summons hier Kannst das noch ins Lager schicken Statt sie mir ins Invertraff zu kloppen Ja, aber es war dein Zeug, was du mir reingeschwoben hast Ich hab übrigens ne helle Bade für dich Ich brauch keine helle Bade, ich hab ein schönes Speer Guck's dir trotzdem mal an, vielleicht ist es besser Vom Werten her Guck's dir rüber Ja, ist noch Schwachsinn Guck's Guck's Guck Sind wir in den Gefängnissen noch irgendwas? Da hinten ist die Opfergrube. Kannst du dir mal angucken. Hier hat jemand was versteckt. Oha. Ein bisschen Geld. Na die Gefängniszelle. Oh, und hier bist du voll durchgebrochen oder was? Warum ist hier unten alles so neblich? Gute ich hier mal gucken. Was haben wir denn hier? Ein Tunnelsystem. Man kann da unten reinspringen. Doch sollte man es auch. Ich weiß nicht, es ist diese Opfergrube, wo rosanes Licht rauskommt. Das ist ne Opfergrube, wo rosanes Licht rauskommt, würde ich erstmal so per se nicht reinspringen. Ich weiß nicht, aber das weird ist, es steht nicht ab und dauer- oder todsam, dass man da reinspringen kann. Ich würde das einfach mal tun, aus Spaß. Ich würde sagen, mach es nicht. Aber seit wann hörst du schon auch nicht. Ja. Wie viel Geld haben wir da? Ich, ich hole dich nicht mehr zurück. Musst du nicht. Ich habe einen Vampir. Ich bin wieder da unten. Wir sind zurück. Okay. Okay, jetzt weiß ich aber zumindest nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich wurde offensichtlich ohnmächtig gemacht, den Kerker geschleppt und darunter geschmissen. Ähm. Ich bin in der Elitiden-Kolonie. Ich bin out of bounds. Interessant. Ich bin... ...literally gerade in der Elitiden-Kolonie gewesen. What the fuck? Das sollte ich nicht sein. Schick mir in Ansitzkarte. Hast du die Gegner hier schon gelootet? Vermutlich nicht. Uh, hier ist ein Goblin. Krone des Wahnsinns, ein Teddybär und ein mächtiger Heiltrank. Das hat sich nicht gelohnt. Der Abstecher hier. Ich habe keine Geld dabei. Oha. Die Botschaft Leger ist immer cool. Äh. Die davon habe ich einige. hier. Das hast du nicht mitgenommen. Doch. Ich habe einige davon mitgenommen. Die sind weniger nützlich als mein Unterbergmesser. kt. Oha. Musik. Musreali, okay. Und wir haben jetzt so ziemlich alle Hafener hier verloren. Aber haben sie sich im Kampf ziemlich gut geschlagen. Ich glaube, das hat hier noch irgendetwas in der Rüstung. Ah ha. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Okay. Nein, ich habe eine Folterkammer. Das ist nicht selten. Hast du irgendwelche Tieflinge gefunden? Nein, keine hier. Ich bin rausgegangen. Ich bin gleich in einem Hafen. Ach so, ja gut. Passiert. Vielleicht finde ich an dem Hafen ein paar Hafner. Meinst du hinten bei dem kleinen Bötchen? Irgendwie zum... Da kannst du zum Last Light Inn fahren. Hast du hier schon gelootet? Da hinten bin ich rausgekommen. Mehrfach. Ich habe hier einen Dialog mit einer Kiste. Was? Ich weiß auch gerade nicht. Oh. Eine Kiste voller Tadpolle... voller Nerven. Das ist eine Hundertfalt. Das ist sie. Schau mal an diese Tadpolle. genug, um eine Armee von Absolutisten zu machen. Ich werde etwas untersuchen und die ganze Tadpolle ausstricken. Oh. 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 Da ist ein Parasite näher. Du solltest einen näheren Blick nehmen. Ah. Jupp. Meins. Ja, ich komme demnächst dann auch mal runter. Aus dem ganzen großen Fass voller Narven, haben wir jetzt eins. Jetzt einer. Eine haben wir davon gekriegt. Immerhin. Die anderen sind vernichtbar. Es war mir nicht bewusst, dass man mit einem Ziel auch tatsächlich durch verschiedene Instanzen durchrennen kann. Was? Durch was? Durch verschiedene Ladezonen. Ich bin gerade, ich habe gerade hier unten reingeklickt von oben aus, bin dann durch den Kerker geschickt worden und so weiter. Ja, aber wir sind zumindest wieder alle zusammen. Wobei, stimmt nicht, der Elementar steckt noch irgendwo da hinten. Hier ist er. Steht hier vorne. Ja, ja, der kommt schon mit. Die kommen immer mit. Kann sich ja im Zweifel porten. So wollen wir dann wieder rein und hoch. Den Kampf oben und bald das Gemächer können wir noch machen. Ja. 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 Mitternacht gleich. Deswegen will ich weiter das Gemächer machen und danach haben wir einen schönen Cliffhanger für das nächste Mal. Ja, genau, wir prügeln uns noch oben kurz durch die paar Leute und dann ist es gut. Hier sind noch ein paar Gegner. Und durch die eine Mimik im ganzen Spiel, aber ja. Es ist nicht die eine Mimik im ganzen Spiel. Es gibt mindestens drei. Was? Ich habe die eine gefunden. Ich habe die eine gefunden. Ich habe die drei noch eine gefunden. Mindestens und irgendwo in 82 ist glaube ich auch noch eine. Ich habe da mehrere gesehen. Nach drei gibt es eine. Soll ich die Spoiler und sagen wo? Klar, da kommen wir eh noch hin. Also beim ersten Aufeinandertreffen mit Minsk. Nämlich in der Bank. Da gibt es so eine Cutscene drin. Die Minsk verschluckt hat und aus der Minsk rauskrabbelt. Im Zentralbunker der Bank. Wenn du es so willst. Ey, die haben leider die Treppe versperrt. Ich komme nicht hinterher. Ich kann euch nicht helfen mit Kampfen. Ich weiß. Die sind gleich weg. Ich muss nur den Bankier kurz wegschieben. Sie sind gerade noch ein bisschen unschön. Danach brauchen wir, glaube ich, eine lange Rast irgendwo irgendwie. Wir müssen dann mal irgendwie verschwinden. Oder auf die Spitze kommen wir nicht hier. Wir müssen die Monarchs daraus verlassen. Um dann ein Rast zu machen. Du kannst übrigens deine Züge wieder nehmen. Du dürftest jetzt durchkommen. Da steht ein... ...Mitterer Herz in der Mitte. Da. Ich bin nicht am Zug. Du kannst deine Züge wiederholen. Das steht unten rechts. In den Fensterchen. Zug noch nicht beenden. Ja, genau. Ja, ich bin... Ja, schön. Ich kann springen. Ich bin jetzt was. Ich bin jetzt was. Smites habe ich nicht mehr. Aber ich habe das hier. Die sind nicht erreichbar. Hm. Schade. Ich bin jetzt hier. So, sehr schön. Danach steht noch hier unten. Das waren... Ja. Eigentlich bin ich. Na komm, mach es alle. Oder ich mach es alle. Ich bin jetzt hier unten. Ich bin jetzt hier unten. Ich öffne mal die Tür hier. Wie viel weiter kann ich gehen? Äh, wollen wir nicht erst einen langen Rast machen? Ja, aber dann müssen wir erst mal von mir verschwinden. Na gut, das geht ja recht schnell. Ich brauche nämlich echt Heilung. Ja, einmal... ...schnell reisen nach drüben. Aber wir können nicht schnell reisen. Ich kann nicht schnell reisen. Das ist schlecht. Das ist das einzige, was ich hier in den Türmen wirklich nicht mag. Selbst wenn du das Gebiet halt komplett gecleared hast, ja, ist gefährlich. Ja. Hier geht's. Und dann rausziehen und wieder heilen. Mhm. Aber was du sehr cool findest... Was lustig finde, wenn die... Wenn die Gegenden einfach wieder sterben auf dem Weg. Und noch mal vorbei rösten dann. Uah. Alle noch mal vor die umkippen. Du musst halt auch wirklich außerhalb der Barriere sein. Ja. Das ist halt. So lange hast du. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Guten Abend. Ich bin hier auf behalf von Gael von Waterdeep. Er wünscht euch eine Veranstaltung für eine private Konversation. Ah. Du, wo meinst jetzt mit... Ich habe keine Frage. Wer von uns will mit Gael was anfangen? Let's go. Den wir nicht dabei haben. Den wir nur... Den wir nur die Hand nicht abgeben. Viel Spaß. Viel Spaß bei Rom Manzen. Ich will ihn aber nicht. Hey. Du musst ihn aber jetzt. Ja schön. Dazu brauchen wir aber eine lange Rast. Let's go. Oh. Wie das ist los. Oh Gott. Wie es ist los. Ja. 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 Okay. oh nein ich kann nicht zugucken die unterhaltung ist privat jetzt nicht mehr ja versuch es doch noch mal ich klicke pausenlos drauf ja cool ah hier das hatte ich damals auch ich habe es aber abgebrochen ich habe dann einfach gesagt verpiss dich im romanz nicht durch die mann was mit ihm noch an Gord. Ja, aber sie sind verdammt, sie sind verdammt, dass sie mir so viel gebraucht haben, unsere Freunde, unsere Geheimdienste. Das wäre so viel einfacher als nur mir, aber es ist nicht... überhaupt nicht. Immerhin, Bruder, ist nicht weird. Ah, er sagte nicht, dass er geknallt hat. Ich hoffe nicht. Ah, ich finde es schön, dass die... ...die Baudin mit uns am Camp steht. Sieht nachts so aus, als würden sie sterben. Was dann? Die Alphira. Die beiden würde ich gerade als Zombies wiederholen, wenn du nichts dagegen hast. Alphira, bitte nicht. Lass dich liegen. Das ist nicht so ein Zombie werden. Gut. Gut, dann muss ich mal kurz ins Gefängnis. Nein. Ich habe noch verstanden. Wir haben noch genug Leichen, die auf dem Weg liegen. Kannst du einen davon mitnehmen. Du kannst... Oh mein Charakter wird gerade wahnsinnig. ... 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